119 zu dieser, ja ich brauche es gar nicht mehr groß, aber mit diesem Spiel X VfB News machen, ist einfach ein Podcast zum VfB mittlerweile eigentlich, das heißt mittlerweile ist es halt einfach, bietet sich für mich halt weiterhin aktuell mit am meisten an, weil es einfach so viele News gibt und so Geschichten. Wenn es wieder ein bisschen, sag mal, normaler ist, wenn es eine normalere Ebene hat, die es halt während der Saison hat, wo dann auch kein Transferfenster und so Geschichten mit dabei ist, dann auch wieder, sag mal, regelmäßiger vermutlich und gewohnter in richtiger Vorberichts- und Nachberichtsform dann wieder auf dem Sofa mit Kamera und so Geschichten. Aber jetzt gerade bietet sich das mit Audio einfach mit am meisten an, plus, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist die Zeit auch irgendwie aktuell immer ein bisschen enger für sowas, aber ich finde ja immer so eine ganz gute Lösung dann trotzdem und dem meisten scheint es auch zu gefallen, solange Podcasts folgen, also muss ich mir, glaube ich, dann doch auch nicht so viele Gedanken machen zum Glück. Also vielen Dank für jeden, der auch hier trotzdem weiter Bock drauf hat auf die längeren Podcasts oder generell auf einfach Audio und Standbild. Wir legen los mit Leipzig, dann natürlich ein bisschen News, Transferperiode und dann zum Schluss noch das Spiel gegen Freiburg morgen. Stand von mir ist hier halt wirklich quasi Donnerstagnacht. Letzter Stand irgendwie 0 Uhr, 0.30 Uhr und so von Donnerstag auf Freitag. Ihr bekommt jetzt hier am Freitagmorgen die Leipzig Nummer 1, die schöne 5-zu-1-Packung. Habe hier auch, wie immer, mir die ganzen, so ein paar Tweets gesammelt und so Geschichten und zum Schluss noch, deswegen kommt vielleicht manchmal, ich glaube, beim späteren Punkt vor allem wird es ein bisschen schwierig, aber kommt hier manchmal vielleicht ein bisschen verwirrter rüber, die einzelnen Themen, weil ich, sag mal, ich suche mir Sachen raus, suche Artikel raus, Twitter-Geschichten raus und schreibe natürlich währenddessen auch gleichzeitig immer schon Meinungen und sowas von mir selber und sowas oder von anderen Nutzern auch noch mit raus. Das habe ich quasi am Ende dann, wenn ich die ganzen Tweets und so abgehakt habe, noch am Ende in der Google-Notiz jeweils zu den Kategorien, die ich hier habe, zu den Überschriften, Unterschriften, die ich hier drin habe. Deswegen kommt da manchmal noch vielleicht Sachen wieder, die dann sich auf Tweet Nummer 1 beziehen, obwohl ich schon acht Tweets durchgegangen bin. Deswegen kann das vielleicht ein bisschen durcheinander sein, aber meistens klappt es dann doch noch ganz gut. Nummer 1, die Fans, wie immer, so 3000 Fans grob oder fast mitgefahren nach Leipzig und jetzt Ricky geschrieben, wie scheiße müssen deine Fans sein, wenn man trotz 5 zu 1 Heimführung nur die Gäste hört. War einfach so auch wieder im TV oder in dem Sinn dann bei The Zone richtig stark gewesen. Schiri natürlich haben ein paar Leute angesprochen, bei Leipzig kann ich mich zumindest in dem Form auch recht kurz halten, da ich ja schon im Stream darauf reagiert habe mit euch zusammen. Auch da nochmal vielen Dank für jeden, der am Start war. Auch ein sehr geiler Stream gewesen, auch wenn es natürlich am Ende nicht so positiv war, wie vielleicht manche oder die meisten in der Halbzeit ein bisschen vor sich hingeschwälgt haben bei der 1-0-Führung. Aber da auch dann schon ein Spielfazit dabei ist, ja auch dann mit den Stream-Highlights schon online, also kann ich mich hier bei Leipzig schon ein bisschen kürzer fassen, plus auch schon eine Woche altes Spiel. Aber Schiri muss ich auch sagen, es gab auch ein paar Leipzig-Fans, die geschrieben haben, ja, 5-1 und dazu wird man auch beschissen. Ja, halte ich für Quatsch. Also die ganzen Szenen, die Elfmeter-Szenen, Abseits-Szenen, VR-Szenen, muss ich halt wirklich sagen, klar, auch ein bisschen Fanbrille, aber die waren für mich irgendwie alle richtig entschieden, muss ich tatsächlich mal sagen, bei der Schiri-Leistung. Fußball entscheidet sich im Kopf, hat einer geschrieben auf Twitter, einer rausgeworfen, das Zitat quasi. Das ist natürlich auch irgendwie immer so ein Thema beim VfB, weil 1-0 geführt zur Halbzeit in Leipzig. Zweite Halbzeit war klar, Leipzig macht ein bisschen mehr Druck, die waren ein bisschen angefressen, diese Rose-Szene da beim Schiri, wo er Geld bekommen hat vor der Halbzeitpause. Wahrscheinlich hat er ja auch nochmal richtig angestachelt in der Kabine dann seine eigenen Spieler von RB Leipzig. Aber du musst halt dann trotzdem nicht, nachdem du es 1-1 gefangen hast, komplett aufhören. So, nach dem 1-1 bei Leipzig komplett Momentum aufgebaut. Und dann war es das halt. Da lässt du dich jetzt komplett überfahren, überrumpeln. Keine Ahnung, klar, Nübel auch gleich noch kurz Thema, aber an dem lag es jetzt nicht hauptsächlich, finde ich, dass wir da jetzt doch fünf Hüttenkassetten im Halbzeit zwei, vor allem auch später dazu noch ein bisschen mehr statistisch und so Geschichten. Aber das 2-1-3-1 fällt sofort aufeinander, das 4-1-5-1 fällt sofort aufeinander. Boah, was ist 4-1 oder was ist 5-1? Eins der beiden Kisten kriegst du wirklich auch auf die billigste Art und Weise ausgekontert. Irgendwie zwei Leipzig. Natürlich kann Leipzig auch gut kicken, also das muss man immer vorwegnehmen, es ist ein Meisterschaftskandidat. Aber trotzdem liegt es 3-1 oder 4-1 hinten in Leipzig und lässt dich auskontern, als wäre es 90. Minute und du wärst gerade komplett totaler Angriff und versuchst noch irgendwie von 2-1 auf 2-2 zu stellen. Aber nee, du bist schon weg. Es steht schon 4-1. Es steht schon 3-1. Wie gesagt, weiß ich gerade nicht mehr, ob es das vierte oder fünfte Gegentor war. und lässt dich mit irgendwie zwei Pässen von Leipzig komplett auseinanderheben und einer rennt frei auf Nübel drauf. Und so geschichtet ist dann einfach nicht nötig. So, das ist einfach zu billig dann halt auch, sich die Tore so zu kassieren. Nübel kompliziert natürlich direkt schon passenderweise mit dem nächsten Tweet. Muss ich auch sagen, manche, die bei Nübel durchgedreht sind, sehe ich einfach nicht, weil ich glaube, erste Halbzeit war es dann gegen Openda eine gute Parade, eine wichtige Parade, einfach auch Sicherheit ausgestrahlt, war jetzt keine Weltparade, aber einfach Sicherheit ausgestrahlt. Dann die Szene in der zweiten Halbzeit, ich glaube, 47. oder so, war das nach der Ecke, wo sie ja auch ihren Elfer wollten, da mit Anton gegen Orban war es, glaube ich, oder mit der Schulter irgendwie das Ding noch raushäckst. Das war wirklich eine richtig starke Parade. Dann ganz am Ende, klar, auch so ein bisschen egal gewesen, dann beim Spielschirm, aber auch gegen Szeszko nochmal stark gewesen. Klar, beim 1-1 ist Hassa die Szene, der kriegt einen absoluten Anscheißer-Ball von Zagadou. Scheiß-Ball, auch davor schon der Ball von Ito, war es, glaube ich, auch schon nicht wirklich gut. Natürlich kann es trotzdem anders lösen, also muss jetzt nicht Hendricks anschießen, wobei auch das natürlich wieder unglücklich ist. Ich würde auch sagen, in neun von zehn Fällen klatscht das Ding halt wirklich irgendwo ins Aus. Ich glaube, Ufguirasi wollte er einen Bringer, hat er im Interview danach gesagt. Und da springt halt Hendricks genau so rein, dass er einen Reintropfe. Und er kann ja Hendricks treffen, aber das würde ich von da auch perfekt ins Tor springen. So wie in der anderen Geschichte, da ist auch Pech dabei. Auch so ein Fifty-Fifty-Ding zwischen Daxe und Nübel mit den Fehlern dort. Glück gehabt bei der anderen Szene, die dann abseits war. Das ist ganz klar, sein Fehler wieder bei der durchrutscht, der Ball in die Mitte rein. Das muss natürlich nicht sein, aber sonst hat er auch starke Paraden dabei gehabt. Also keine Ahnung. Und gerade, wenn man jetzt sagt, ja, das Tor hat er nicht gezählt. Der Riesenbock hat er eh nicht gezählt, war ja abseits. Dann hast du halt diese eine Szene drin, mit Zagadou und ihm, wo ich beiden so Fifty-Fifty gebe. Aber auf der anderen Seite eben die eine absolute Top-Parade, Glanzparade, und noch zwei, drei kleinere Dinger, die einfach gut waren. So steht für mich dann jetzt auch, wenn ich das so bewerte, steht für mich dann jetzt auch kein Scheißspiel von Nübel. Also das sehe ich einfach nicht. Das nächste ist halt auch wieder generell Einordnung und sowas, weil kein Weltwunder, hat ja einer geschrieben, gegen ein desolates Bochum zu gewinnen. Aber natürlich echt schön in Klammern gesetzt. Und auch kein Weltuntergang gegen Leipzig unterzugehen, in Klammern gesetzt, über was man sich aber auch ärgern darf. Und genau so ist es ja aktuell. Pokal, Pflichtsieg erledigt, passt. Bochum geschlagen, auch im Grupp-Pflichtsieg, gegen eben einen vermutlichen Mitkonkurrenten im Thema Klassenerhalt. Plus dann eben jetzt gegen Leipzig aufs Maul bekommen, gegen eben trotzdem halt auch einen vermutlichen Mitstreiter um die deutsche Meisterschaft. Und dann sind es halt quasi natürlich in Extremen, weil Bochum jetzt auch einfach nur 2-0 schlagen können. Und Leipzig hätte auch einfach nur 3-1 gewinnen können, so doof gesagt. Es sind eben auch Extreme gewesen mit 5-0 und 5-1. Aber am Ende des Tages ist eigentlich quasi das passiert, wo wir eigentlich stehen. So ein Mitstreiter sollte man schlagen, gerade zu Hause bei einem Champions-League-Verein oder Meisterschaftskandidaten kannst du verlieren. Pokal habe ich auch schon angesprochen. Deswegen auch da nichts zu überdramatisieren. Was ich natürlich trotzdem sagen muss, und was wahrscheinlich so mit der meisten Nerf, komme ich auch gleich dazu, jetzt komme ich gleich zu meinen Google-Notizen, ist halt, dass es wirklich, wir wussten ja fast, was kommt. Und wir waren ja gewarnt von vor zwei Jahren, 5-1 gegen Fürth, danach 4-0 gegen Leipzig verloren, jetzt 5-0 gegen Bochum und danach 5-1 gegen Leipzig verloren. Damals 2-3 verloren gegen Freiburg, komme ja ganz zum Schluss drauf. Jetzt dann morgen am Samstag wieder zu Hause gegen Freiburg, hoffentlich wenigstens da eine Änderung und keine Niederlage eben gegen die Freiburger. Also das ist auch jedes, was ich aufgeschrieben habe. Wie gesagt, von mir aus 3-1, aber 5-1 ist nur noch bescheuert, habe ich hier stehen zum Beispiel. Weil das muss nicht sein, hier jeder Stoß und Treffer. Und da habe ich auch irgendwo geschrieben, ich nehme es mental als ein 3-1 und dann muss man es akzeptieren. Wie gesagt, gegen Abstiegskandidaten gewonnen, gegen Meisterschaftskandidaten verloren, so ist es halt dann. Das ist wirklich der Hauptpunkt, den ich auch nochmal rausgehoben habe. Mich nervt es halt wirklich, vor allem wegen dem Torverhältnis. Das nervt mich mit am meisten. Weil ihr wisst mir, wie wichtig das ist. Und klar, erst Spieltag 2 müssen wir auch nichts überbewerten. Aber du hast schon mal 5 Tore plus nach dem ersten Spieltag gegen Bochum. Und jetzt kriegst du da wieder 4 Tore minus rein. So aus plus 5 mit plus 1. Und das stört mich halt vor allem, weil es war nicht nötig. Auch Leipzig nicht, kommen wir jetzt dann gleich dazu mit ein paar Stats, war auch nicht nötig, gegen die sich 5 hinten zu fangen. Also wie gesagt, das 3-1-Mental gibt auch kleine Begründung fürs 3-1, weil arg viel höher hätte es auch nicht ausgehen müssen. Aber du fängst ja trotzdem wieder quasi ein, zwei Tore mehr als nötig waren. Vielleicht kann man jetzt auch sagen, dass du gegen Bochum ja auch ein, zwei Tore mehr geschossen hast, als nötig war. Das ist auch so ein anderes Thema. Aber das finde ich einfach das Schadeste daran. Wahrscheinlich gibt es das Wort gar nicht. Egal. Höhnens-Interview danach muss man ja vorheben, finde ich, weil der ist wie immer, wie immer, speziell spielt Zitat raus, aber wie immer einfach gut gelöst hat, gute Worte gefunden hat. Hat auch Nübel sich hingestellt, gutes Interview geführt. Und hier jetzt nochmal ganz klar immer der Hinweis auf den Pod Cannstatt. Ich glaube, die meisten wissen, dass ich da Werkstatt bin bei meinem VfB. Und da ja auch immer mein Part habe mit Dateneinspieler zu den Spielen. Einmal zum Vergangenen und einmal zum nächsten Spiel. Und jetzt hier auch ein bisschen was rausgeholt zum Vergangenen, weil das Pod Cannstatt ja auch schon Online seit gestern, immer Donnerstag, 16 Uhr. Deswegen ziehe ich mir hier auch ein paar Daten raus. Gibt es ja auch sowieso öffentlich einsehbar, aber ich habe es ja quasi für den Pod Cannstatt erarbeitet. Deswegen sage ich es auf jeden Fall dazu, dass es den gibt, dass ihr gerne reinhören könnt. Genau das eben auch wieder das Gerasi anzusprechen, weil nächste Hütte gemacht, wenn man das hochrechnet auf die Saison, dann spielt er eine Saison mit rechnerisch fast 22 Toren. Das wäre schon richtig stark, wenn er genau das Level so hält, natürlich auch verletzungsfrei bleibt. Ja genau, habe ich auch schon angesprochen, das 2-1 und 3-1, genauso wie es 4-1 und 5-1 fallen innerhalb von nur knapp 3 Minuten. Das muss halt nicht sein. Und eben jetzt hier genau, was ich angesprochen hatte, bei mir zumindest bleibt das Gefühl, dass es eben halt auch gereicht hätte, ein 3-1 oder so, weil Leipzig sich einfach in den Rausch gespielt hat, dann wirklich, wie gesagt, innerhalb von 3 Minuten jeweils 2 Tore, also wirklich jeder Schuss ein Treffer war eben auch ein bisschen kurios. Das Ding war, das eine Ding war abgefälscht, das andere wurde gehalten, dann kommt der zweite Ball nochmal zurück und irgendwie reingekollert das Ding. Hätte auch in 3-1 gereicht, Expected Goals, von manchen vielleicht nicht gern gesehene Statistik, ich mag es ja trotzdem weiterhin, sagt die Bundesliga, 2,43 zu 0,8 Tore waren zu erwarten, das heißt, das sind wir auch schon unter 3, ist immer quasi, wenn man es will, bei 2-1, wenn man fair sind, irgendwie bei 3-1, Understat sagt 2,09 zu 1,1, 18 sogar bei 2-1 und Sofa-Score sagt sogar 1,76, ein bisschen wenig tatsächlich, aber 1,76 zu 1,13, also ergibt eigentlich keiner statistisch Tore-mäßig uns irgendwie einen 5-1 in Leipzig, aber fairerweise, in Bochum war es glaube ich genauso, das ist gar nicht, was wir da hatten, ich glaube da hatten wir auch Expected Goals, weil das Ding halt irgendwie 3-0 ausgeht oder so, oder 3-1 oder 4-1 ausgeht für uns, aber halt auch nicht 5-0. Jong muss man weiter hervorheben, wieder Startelf gespielt, wieder ordentlicher Auftritt und wieder der VfB-Spieler mit der höchsten Laufdistanz und mit der höchsten Geschwindigkeit, hatte ich so gar nicht auf dem Zettel, dass er unbedingt so schnell ist, Jong hatte ich überhaupt nicht im Kopf, aber ist er, ich glaube über 34, irgendwas KmH hatte man abgespult, also schon stark und Gerasi, auch interessant, ist ja ein Stürmer, aber der war beide Male der VfBler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, eben aus allen VfB-Spielern, die eingesetzt wurden, ist auch auffällig und Bonasosa, finde ich auch interessant, der wurde ja zweimal nur eingewechselt, wenn man beide Zeiten zusammenrechnet, die ja eingewechselt wurde, kommt man auf knapp eine Halbzeit, auf knapp 45 Minuten und trotzdem hat er im Bundesliga-Vergleich die geteilt drittmeisten Flanken aus dem Spiel geschlagen, das sind wirklich zwei Spiele, 180 Minuten, der spielt 45 davon und hat trotzdem die drittmeisten Flanken in der gesamten Liga geschlagen, wie gesagt geteilt mit anderen Spielern, jetzt haben natürlich viele noch ähnliche Werte bei erst zwei Spieltagen, aber das zeigt schon auch, was der Mann macht, wenn er einwechselt oder was auch andere dann eben nicht machen, die dann spielen, bevor Bonasosa für sie eingewechselt wird. Der nächste Überbegriff ist Verein, das ist so ein paar Dinge, muss ich auch sagen, diesmal finde ich, ist es bis auf die Gerüchte dann nachher, aber sonst sind es immer recht überschaubar viele, ja, News oder Unterbegriffe oder Untertitel, wie auch immer in den quasi Überkategorien, die ich hier auch dann immer als Timestamps einbaue, also auch schon angenehmer finde ich, als in manch letzten VfB News X irgendwas folgen. Nummer 1 ist die VfB Doku, weil da kamen so ein bisschen Fragen auf, die sind aber auch geklärt worden in dem STR-Podcast vom VfB oder eben von Ricky Palm und Butze, weil Sky überträgt das Ding auch, bringt das auch raus, die Doku, The Zone auch, da hat man sich schon gefragt, was passiert denn hier, weil bei VfB TV läuft es auch, die erste Folge lief auch auf YouTube, da hat manche schon, kommt das jetzt überhaupt noch so, ist die erste Folge so ein Teaser gewesen auf YouTube und der Rest kommt bei Sky, VfB TV, The Zone und damit quasi dann schon irgendwie Hitter oder Payboy, ich meine die meisten oder viele Fußballfans haben die Abos ja sowieso, aber dem kann man schon mal zum Glück Abhilfe schaffen, den Gedanken, weil es hat hier der Kaufmann, der am Start war, bei der zweiten Folge, ne, bei der dritten Folge, zweite Folge vom STR-Podcast, ich glaube dritte Folge ist es dann, ja, ich glaube die erste war die Einleitung und dann dritte Folge und die da drin gesagt, das kommt weiterhin auf YouTube, also es kommt wirklich einfach überall, es kommt VfB TV, YouTube, Sky und The Zone, die knallen es überall raus, finde ich auch in Ordnung so, überall die Aufrufe mitnehmen, die Aufmerksamkeit mitnehmen und die zweite Folge soll wohl noch kommen, vor dem Freiburg-Spieler gesagt, also heute wahrscheinlich, ne, Freitag im Laufe des Tages, nächstes Ding ist ständig St. Gallen, habe ich mir aufgeschrieben, weil wir haben wieder ein Testspiel, nächste Woche Länderspielpause direkt schon, ne, drei Bundesliga-Spieltage und sofort Länderspielpause, aber dann ein wildes Ding, aber, ja, ist halt so, ne, jetzt haben wir halt wieder quasi den Rhythmus, dass du jeden Monat, äh, irgendwie Länderspielpause hast, auch wenn es irgendwie keiner so richtig braucht, aber, ja, hoffentlich bereiten sie sich doch irgendwie noch halbwegs in Ordnung, äh, auf eine, auf eine EM vor, also da mal gucken, ist ein anderes Thema, aber so der große Hype ist da aktuell nicht darauf und ich könnte sie ein bisschen Abhilfe schaffen und gut, vor der EM kommt der Hype eh so ein bisschen, also ein paar Spiele in Stuttgart, äh, aber so aus dem aktuellen Stand gibt es, glaube ich, wirklich weniger, was mich noch weniger jucken würde im Fußball als Nationalspiele oder Länderspielpause, aber, die ist da und am Freitag, äh, 8. September spielt der VfB ein Testspiel und das mal wieder gegen St. Gallen, letzten Jahre auch immer wieder, glaube ich, auch immer wieder erfolgreich gegen St. Gallen, ähm, von dort kam jetzt zum Beispiel auch, äh, Stergio zu uns, ähm, zu denen hatten wir auch Maglitzer aus, die man nicht richtig im Kopf hat, ich glaube, Münz ist auch noch einer, ich weiß gar nicht, ob man noch dahin ausgeliehen ist oder wieder zurück ist, da hat auch eine lange Verletzung, aber, ähm, da ist schon irgendwie Connection da mittlerweile zwischen VfB und St. Gallen und das ist eben am 8. September, ähm, ich glaube, ohne Zuschauer, genau, organisatorische Gründe ohne Zuschauer, aber, äh, ich meine auch im SDR Pokers hieß es, dass es das irgendwie übertragen gibt bei VfB-TV, ich glaube, vielleicht sogar auch kostenfrei bei VfB-TV, bin mir gerade nicht sicher, ähm, aber übertragen wird es auf jeden Fall in irgendeiner Form, vielleicht muss man eben VfB-TV-Abo abschließen, vielleicht nicht, bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, und dann noch VfB-U21, auch mal hervorzuheben, ähm, ich glaube, die spreche ich gar nicht so häufig an, so manche, manche Transfers vielleicht mal mit dabei gehabt, wenn es ein bisschen größerer Name war, äh, oder für größeres Aussehen gesorgt hat, ähm, aber sonst VfB-U21 hat sich nicht so tief drin, ähm, natürlich auch da ein bisschen mal geschaut und auch manchmal so das Gefühl gehabt, ja, man sagt immer, wir haben riesen Talente und die U19 geil, U17 geil und dann kommen Talente hoch und dann sind sie irgendwann nur U21 und wollen den Schritt gehen zu den Profis, aber so richtig angeschnuppert an meinem Aufstieg, man ist ja in der vierten Liga, ähm, Regionalliga Südwest, hat man halt auch nie so richtig, ne, jetzt gab es ja einen Trainerwechsel vor der Saison, ähm, jetzt auf einmal läuft es halt richtig an, ne, die Kollegen sind halt einfach Spitzenreiter, fünf Spiele, fünf Siege, 15 Punkte, Spitzenreiter VfB U21 in der Regionalliga Südwest, äh, hier auch Simnicia getroffen, um zu der Kollege sein, der, äh, von Köln kam und eigentlich ja noch ausgeliehen werden sollte, mal schauen, wie es da aussieht, interessant ist ja auch, das ist ja oft auch ein Thema, auch bei der dritten Liga dann, äh, mit den Aufsteigern und sowas, ähm, oder in die dritte Liga eben dann die Aufsteiger, ähm, und ich meine, dass die Regionalliga Südwest immer sicher den Posten hat, dass auf jeden Fall der erste Platz aufsteigt, weil sonst in anderen Ligen ist ja so, dass dann noch irgendwie Playoffspiele gemacht werden, quasi Relegationsspiele gemacht werden, oder eben ausgespielt wird, wo er aufsteigt zwischen Regionalligen und so Geschichten, äh, Abstehgenau ist gleiche, ähm, aber ich glaube, Regionalliga Südwest hat immer sicher einen Spot, immer Platz einsteigt auf jeden Fall auf, die Saison geht noch lang, aber wäre natürlich schon sehr, sehr geil, wenn die VfB U21-Mannschaft, VfB 2-Mannschaft, dann wieder dritte Liga spielen würde, weil es würde ja auch natürlich für Talente und so viel attraktiver werden, wenn du eben dann als, äh, ja, Aufbau in Richtung Profis eben dritte Liga spielst, und nicht vierte Liga, ähm, das ist schon sehr, sehr geil, deswegen gerne, gerne weiter so, ähm, und sogar Hoeneß hat sich dann auch mal auf der Pressekonferenz, ähm, zu dem Thema U21, ähm, geäußert, dass man es auch auf den Blick, im Blick hat, klar sind wir den Jungs von U21 im Austausch, wirklich eine Top-Entwicklung, auch aus eigenem Interesse, will ich natürlich wissen, wer uns da mittel- oder langfristig helfen kann, die Jungs machen einen richtig guten Job. Dann der wahrscheinlich gefüllteste Punkt, nämlich die Gerüchte, ist auch ganz logisch, Gerüchte immer, Gerüchteküche immer groß dabei, ähm, hab sie wieder so ein bisschen, äh, versucht in den gescheiten, äh, Ablauf zu bringen, von der Wichtigkeit her, und auch von Positionen her, Nummer 1 ist Equa, das ist, ähm, einer von, äh, Sunderland, äh, gab es mal ganz kurz ein Gerücht, dass wir an dem interessiert sein sollen, defensiver Mittelfeldspieler, ähm, ja, 21 Jahre alt, 500.000er Marktwert, zweite englische Liga, sollen wir wohl mal angefragt haben, ähm, aber das soll wohl Sunderland auch schon abgeblockt haben, ähm, der ist tatsächlich, wenn ich es gerade richtig sehe, im Januar erst von West Ham U21 zu Sunderland, äh, gewechselt, ähm, ein junger Mann, sicher auch eben einer, der auch vom Marktwert her eben das Kaliber wäre, im Sinne von, das ist Backup, weil, das ist so ein bisschen noch die Suche, oder viele wünschen sich, dass noch einer kommt, aber kommen wir später auch dazu, wahrscheinlich nicht mehr, aber eben ein Backup für Karasor Stiller auf der Position, das wäre eher vom, vom Profil her, aber wie gesagt, scheinbar wird das dann doch eher, eher nichts, und auch keine, ich sag mal, deutschen Medien, die es in irgendeiner Form aufgegriffen haben, Tanaka ist einer, der auch Ewigkeiten schon durch die Gerüchteküche fliegt, da wurde es auch richtig, auch mal wieder vom Bild und von Kicker und so weiter auch berichtet dann, ähm, und da waren wir wirklich auch weit scheinbar, Bild berichtet, dass die Gespräche zwischen uns und dem Japaner, äh, weit fortgeschritten waren, ähm, Tanaka wollte auch unbedingt zum VfB wechseln, ähm, aber, der Transfer platzte dann doch noch, weil, äh, Düsseldorf einfach zu viel Kohle verlangt hat, wir wollten wohl für ihn ähnliche, ähnliche, ähnliche Geld sehen wir für Angelo, für Angelo Stiller, diese fünfeinhalb bis sieben dann eben, je nachdem, wie die Bonis erreicht werden, ähm, und das ist dann eben, ja, nicht auch noch drin gewesen, nach Stiller dann Tanaka auch noch dafür zu bekommen, oder zu kaufen, ähm, ja, japanischer Nationalspieler, glaube ich, 24 Jahre alt, den haben wir schon ein paar Mal angesprochen im Mittelfeld, ähm, auch die Bild hat nochmal geschrieben, dass wir ein Angebot abgegeben hätten in Höhe von sieben, äh, sieben, perfekt, die sieben ist, ist, ist hinterm Komma, 2,7 Millionen Euro inklusive Boni, äh, das waren für Fortuna Düsseldorf, ähm, zu wenig, und nun kamen noch von Plettenberg, von Sky gestern Abend noch, natürlich, da wird es generell nochmal wilder, deswegen auch nochmal, finde ich es wichtig, und sowieso auch fürs Freiburgspiel natürlich, logischerweise, dann auch heute früh das Ding zu bringen, ähm, wenn morgen schon ein Spiel ist, aber generell auch heute Abend, 18 Uhr, ist ja Transferschluss, für deutsche Vereine, ähm, das heißt, da wird heute nochmal sehr viel passieren, glaube ich, sehr viele Gerüchte gestreut werden, ähm, aber da war jetzt wohl scheinbar auch, äh, oder ist scheinbar jetzt auch, ähm, Borussia Mönchengladbach, äh, interessiert an Tanaka, deswegen mal gucken, wo es den hinzieht, ähm, viele auch dadurch lügen, wenn ich da jetzt die größte Expertise vorheucheln würde zu ihm, aber viele, viele finden ihn gut, viele, viele wollten den auf Twitter und so weiter, ähm, da war das Fanbild dazu schon ziemlich positiv, aber, das sieht wohl eher nicht danach aus, dass wir Tanaka bekommen, Borna Sosa, auch immer ein Thema, auch da, gerade vorhin angesprochen, die Flanken, aber sonst muss man ja generell immer so drauf gucken, bei Sosa, die Defensive eher, eher schwach, vor allem offensiv stark, vor allem die Flankenebene, Waffe, dieser linke Fuß, vor allem hauptsächlich, das, was Geld einspielt bei Borna Sosa, möglicherweise noch, ähm, manche schreiben auch wieder nach dem, nach dem Leipzig-Spiel, dass es Arbeitsverweigerungen, äh, selbst wenn er nur für die sieben Millionen geht, die ja in meinem Raum waren, für Sevilla ist das auch okay, weil, weil er eben aktuell einfach nicht auf, auf dem Niveau ist, ähm, aktuell auch den Rang abgelaufen bekommen, von Ito, ähm, wird man auch, wie gesagt, später dann für Freiburg, aber für mich auch, deswegen da auch eigentlich gerade kein Startelf-Kandidat, ähm, hier Romano nochmal, Fabrizio Romano nochmal angesprochen, Thema Acuna, wenn der eben wechselt, Interesse aus der Premier League, dann, äh, ist eben Sosa, quasi ganz oben auf der Liste, bei, bei Sevilla weiterhin, ähm, hier ist halt trotzdem weiteres Problem, weil ich auch letztes Mal schon angesprochen, wenn man so Geschichten hat, dass sie nicht mal 10 Millionen auf den Tisch legen wollen, für Borna Sosa, irgendwie bei den sieben irgendwie rum, rum, eiern, dann ist das halt wirklich ein Treppenwitz, dann ist es halt wirklich nichts, also ein Borna Sosa für sieben Millionen oder so zu verticken, ist halt einfach, ist einfach Quatsch, in meiner Meinung, dann hältst du ihn halt lieber, ähm, außer halt, du gestehst ja auch bei ihm nochmal ein, dass du, kommen wir auch später nochmal dazu, äh, dass du wirklich ums Verrecken jeden Cent brauchst, weil du einen Sosa für so wenig Geld verscherpelst, wonach es aber zumindest ja nicht aussieht, also sonst wäre er ja schon weg, wenn man das Geld unbedingt bräuchte bei ihm, ähm, weil der VfB will natürlich auch eigentlich grundsätzlich halten, wie die meisten anderen auch, aber man muss eben dann auch nach dem Geld schauen, ähm, aber Sosa sieben Millionen, kompletter Bullshit, was auch noch mit reinkam jetzt, ähm, weil eben das ein Thema bei Acuna wäre, weil der ist eben, äh, aktuell verletzt, und um ihn vielleicht doch trotzdem noch loszuwerden, ähm, gibt es wohl Gedankenschwille bei Sevilla, dass man ihn vielleicht verleihen könnte, eben nach England, statt zu verkaufen, weil keiner kauft einen verletzten Spieler jetzt, halt direkt schon fix, und deswegen kam sie wohl auf uns zu, haben gefragt, yo, wollt ihr nicht auch eine Laie, oder können wir nicht auch eine Laie bei Sosa machen, und dann hat der VfB natürlich abgelehnt, weil das ist ja noch mehr Quatsch, weil eine Laie von Sosa hilft ja gar keinem was, das heißt, wenn du die mit einer Kaufpflicht machst, oder irgendwie sowas, oder meistens ja eher eine Kaufoption dann eben, was ja noch weniger bringt, ähm, da hast du eben im schlimmsten Fall Sosa für ein Jahr verloren, und die kaufen dann nicht mehr, und dann ist es im Sommer wieder da, also ich glaube, wenn Sosa irgendwas passiert, dann wirklich einfach nur ein fixer Abgang, und, was eben jetzt auch wieder mit reingeflogen ist, aktueller oder neuer, ähm, was ja auch immer wieder in Gerüchten war, ist Italien, ähm, ganz oben ist Borna Sosa bei, äh, AS Rom, oder Rom und Sosa ganz oben, es wird ständig immer wieder aufgekocht, das Ding, wegen Spinazzola bei denen, ähm, und was auch neu mit reinkam, ist AC Mailand, tatsächlich, ähm, die haben ja auch Ballotouré, ich glaube, das war bei Premium im Gespräch gewesen, ich glaube, da geht er nicht hin, aber im Gespräch gewesen, und wenn da eben einer geht, und die eben noch jemanden brauchen, da hinten, dann ist wohl, eine Idee auch Borna Sosa bei AC Mailand, also, könnte wieder viel passieren, bei ihm auch am Deadline Day eben, ähm, ich glaube, Wurge wurde irgendwann mal gesagt, dass es 50-50 ist bei Borna Sosa, wurde, glaube ich, berichtet, ähm, ja, aber, da kann man es eigentlich wirklich ganz kurz machen, finde ich, ich fände es tatsächlich, ich fände es irgendwo schade, weil Sosa eben auch, ich sage es immer wieder, der Dienstälteste bei uns ist, der Mann ist seit 2017 bei uns, kein Spieler mit 2018, da verwechsel ich auch mal, 2018 bei uns, ähm, auch länger als kein anderer Spieler, Predlu danach mit 2019, der Zweitdienstälteste, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, also da schon auf VfB pur, ich glaube, gerade natürlich, natürlich auch zu Recht Kritik da, aber Sosa auf Kalajic, Sosa generell mit den Flanken, auch früher noch auf Gomez, auf Al-Ghadoui, auf wen auch immer, auch auf Gerasi, ist einfach eine Waffe, und ist auch immer irgendwo Fanliebling gewesen, Borna Sosa, hat auch immer schon so ein bisschen Attitüdenprobleme, würde ich es jetzt mal vielleicht ein bisschen fies nennen, ähm, kann mich auch letztes so erinnern, dass er irgendwie nach dem Bremen-Spiel, also Sosa gegen Bremen da so, ja, ja, so armselig verloren hat, aber auch einen ganz schlimmen Sonntagnachmittag, das 0-2 gegen Bremen da, äh, unter Labbadia noch, dass er auch danach, nach dem Spiel nicht zu den Fans, irgendwie direkt in die Kabine gelatscht und so, also, ja, weiß ich jetzt nicht, auch da zu ihm gab es ja Berichte, auch natürlich auch zu Mafropanus im gleichen Satz von BILD und Co., dass das Training, die Attitüde nicht so gefallen soll, jetzt aktuell von der Ito in Rang abgelaufen, also ich bin gerade wirklich so nah dran zu sagen, gut, dann gibst du den halt ab, wir halt lange nicht, weil Sosa ist ja wirklich jedes Transferfenster seit zwei, drei Jahren immer in Gerüchten, für den hätte es auch mal richtig Asche gegeben, irgendwann mal, ich glaube von Aston Villa war es, in irgendeinem Winter, wenn die Gerüchte da gestimmt haben, auch da hat er gesagt, nö, ich bleibe und erst im Sommer, wenn Klassenheit feststeht, dann gab es ja auch irgendwie, da so mündliche Absprachen, bis wann er wechseln könnte, für welches so mehr und sowas, ist nie passiert und auch jetzt gerade, ist es wieder so eng davor, es gibt kein wirklich akutes Gerücht, Sevilla hält sich halt, aber nichts, wo man sagt, ja, Unterschriftsreihe von morgen machen wir das, wir hatten bei Sosa ständig das, genau die Geschichte, dass du eben am letzten, am Deadline, der immer noch Gerüchte hattest mit Leverkusen, ich glaube letzten Sommer war es dann irgendwie Lazio Rom oder sowas, und dann kam auch quasi da erst am Deadline-Day die Sicherheit, nö, er wechselt auf jeden Fall nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es diesmal auch nicht tut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sosa nicht wechselt, weil dafür, bis da irgendein Verein kommt, ist die nächste Sache, der halt richtig Kohle rausholt oder die entsprechende Kohle rausholt, ab zweistellig ist man beim VfB schon nicht abgeneigt, das heißt einfach 10, 11 Millionen auf den Tisch legen, ich hätte für ihn immer noch gerne irgendwie 15 plus, aber der kriegt es halt wahrscheinlich einfach nicht, als VfB haben sie auch gesagt, wenn Sosa geht, wird man auch kein Backup holen für Borna Sosa, wahrscheinlich werden sie das so weg argumentieren, dass du aktuell Ito da spielen hast, als Backup Mittelstädt, aber Sosa könntest du natürlich trotzdem schon gerne irgendwie ersetzen, aber tut der VfB dann eben doch nicht, sollte er denn wechseln, ich bin gerade so nah, so nah wie eigentlich noch nie, zu sagen, gut, dann wechsel halt, oder gut, dann gibst du den halt ab, aber eben nur für eine entsprechende Summe, ist auch ganz klar, Pras zu Freiburg, das ist so ein bisschen ein Gerücht, was auch vielleicht in die Richtung gehen würde, in Sachen Sosa-Ersatz, aber auch eben für viel Kohl, ich glaube sieben Millionen oder so waren da im Raum, jetzt gab es hier Gerüchte darum, dass er kurz, oder dass er vorwechselnd zum Kulttrainer steht, also eben zum SC Freiburg, aber jetzt sehe ich hier gerade auch auf der Seite nochmal, dass hier kein Transfer, Pras bleibt bei Sturmgras, von da würde er kommen, das heißt wohl doch nicht zu Freiburg, aber den nochmal reingenommen, weil wir auch ein paar Mal angesprochen haben, den Pras, aber da eben jetzt dann zu uns auf jeden Fall nichts passiert und zu Freiburg dann wohl auch nicht, dann habe ich den Punkt mal genannt, was für Scouting Nathaniel Phillips, mal ganz böse gesagt, weil der jetzt in Gerüchten aufgekommen ist, Grundgerücht quasi war von The Sun, muss man auch sagen, The Sun eigentlich nicht so die geiste Quelle, aber es haben auch andere aufgeschnappt, also war da wohl wirklich was dran, der war bei uns auch schon mal ausgeliehen in der zweiten Liga von Liverpool zu uns Innenverteidiger, der war da stabil, glaube ich, war in Ordnung, aber er ist auch nicht irgendwie krass gut in Erinnerung oder besonders in Erinnerung, weiß nur, dass die Aussagen zu ihm damals immer so richtig gut waren, noch ein bisschen tat und sowas, war ein super Typ, den würde man jedes Mal quasi liebend gerne nochmal zurückholen, nochmal auskleiden, gerne auch kaufen, aber geht nicht und so Geschichten, also der soll zumindest mal auf, ich sage mal auf persönlicher Ebene, menschlicher Ebene, auf jeden Fall was, was ja hinterlassen haben, was positiv ist, aber sportlich war jetzt, ich glaube irgendwie nichts, nichts, was mir besonders im Kopf geblieben ist bei Nathaniel Phillips und war eben natürlich auch Zweite Liga und auch schon ein paar Jahre her, da ist eben auch das Thema Scouting, kommen wir später auf, vielleicht nochmal kurz dazu beim anderen Gerücht, aber den kennen wir halt schon, so doof gesagt, muss jetzt nichts Schlimmes heißen, aber das wirkt schon ein bisschen limitiert, die ganze Geschichte Scouting und auf was für Spieler man so schaut und so Geschichten und Phillips so oder so auch kein Thema, weil er jetzt auf Leihbasis zu Celtic gewechselt ist, nach Schottland, Celtic Glasgow, jetzt schon 26 Jahre alt, der Kollege 1,90, Innenverteidiger bei Liverpool eben, 4 Millionen Marktwert, ich glaube den wollen sie auch irgendwann mal fest abgeben, wahrscheinlich nicht die größte Zukunft beim LFC, das nächste, Portugal-Lion-Beste, da haben wir nämlich das Thema Araujo, Thomas Araujo, das war auch schon interessant, weil so hat er schon langsam so ein bisschen Riecher, wohin es gehen könnte und dann hat hier Fabrizio Romano gepostet gehabt, dass Benfica eben ihn vielleicht noch gehen lassen könnte, auf Leihbasis, den Innenverteidiger, dass da sechs Klubs aus England spannen und Deutschland dran sein sollen und da war direkt schon klar, warum denn nicht wir, Innenverteidiger suchen wir, Portugal auch schon öfter zugeschlagen, warum denn nicht wir, dann wird es irgendwann auch aufgeschnappt von Kicker und Co., dass es wirklich ein Gerücht auch zu uns ist, aber hier von Fabrizio war es Grundgerücht und da noch keinen spezifischen Klub genannt, eben nur Deutschland als mögliches Ziel und eben Portugal-Line Beste, weil ich meine, Tomas und auch Carlos Mané haben glaube ich gute Gefühle hinterlassen in Sachen Portugal, politische Liga, klar, die waren der andere, der andere Lissabon-Klub, es war Sporting Lissabon jeweils, das ist hier Benfica, damals Gil Dias von gekauft, also da vielleicht nicht die besten Erinnerungen oder die besten Connections mit Benfica in dem Sinne, ohne Gil Dias irgendwie angehen zu wollen, aber genau, der Kollege ist ein Kandidat, weiterhin auch Chris Richards, ein Kandidat von Crystal Palace, beide ist natürlich Laie, es kam auch recht klar raus, Innenverteidiger sollen noch kommen, aber eben nur Laie, nach dem Abgang von Mafropanos, der hier Araujo mit der U19 die Juve-League gewonnen 2022 mit Benfica, Benfica generell ja eine Top-Adresse für Talente und für Ausbildung, ja, 21 Jahre alte Kollege und der soll jetzt eben mehr Spielpraxis bekommen, da natürlich trotzdem, natürlich auch gerade angesprochen, sechs Klubs, unter anderem wir, manchmal auch andere dabei, die Wolves waren mal eine Zeit lang recht weit bei ihm, laut Gerüchten, aber, ich sag mal, passiert ist ja auch noch nichts, also der ist noch nicht gewechselt, man weiß ja nicht, ob er überhaupt noch wechselt, weil kann auch sein, dass Benfica ihn einfach behält, dann gab es auch mal ein Gerücht noch, ich glaube sogar aus Portugal dann, dass wir wohl so ein bisschen in der Pole Position wären bei ihm, also alles halt immer so, so wischi-waschi, also nichts Genaues, kein richtiges Gerücht, kein Ja kurz davor, sondern halt der mal interessiert und der mal in der Pole Position, jetzt auch mal Burnley hat sogar noch ein Angebot gesendet, mit einer Laie plus eben Kaufoption von 20 Millionen, also da siehst du auch über so ein Kaliber, man da wohl spricht bei dem, wenn da 20 Millionen Kaufoptionen draufstehen für Sommer, bei Thomas Ström im Vergleich waren es ja damals auch 15 Millionen Kaufoptionen und bei dem wäre es eben so, dass die sogar quasi eine Kaufpflicht werden würde, wenn Burnley in der Premier League bleibt, also sicherlich nicht unattraktiv, auch für Benfica nicht, ist natürlich die Frage, ob sie den einfach nur ausleihen wollen, weil Spielpraxis, und sie eigentlich ihn gerne behalten würden, weil er halt doch eigentlich gut ist, oder eben auch noch jung ist und sie auf den bauen für die Zukunft oder ob sie ihn abgeben wollen, wenn er dann für einen kommt und sagt, ey gut, 20 Millionen im Sommer schon mal ausgehandelt, Kaufoptionen oder vielleicht sogar Kaufpflicht, natürlich auch dann attraktiv für Benfica selbst, aber hier auch er und er hat es auch diesmal hinbekommen, ist also ein Thema bei Fabrizio Romano, natürlich auf Englisch schreibt er ganz klar, aber Stuttgart schreibt er oft mal gerne mit D, statt T am Ende, hier das hinbekommen, mit dem T zu schreiben, Stuttgart hat auch ein Leihangebot abgegeben an Benfica, das heißt, das ist hier auch schon quasi jetzt offiziell, also offiziell im Sinne von Transferinsider, offiziell, aber Fabrizio Romano ist halt schon eine krass große Quelle, deswegen kann man quasi sagen, es ist schon offiziell, dass wir wirklich auch Leihangebot gesendet haben an Benfica, also in dem Sinne wirklich dran und bei ihm, auch da, noch kein Spiel von ihm jemals gesehen, würde ich auch da euch was vorlügen, auch da beziehe ich mich auf andere Quellen, auf andere, die ihn auch mal näher angeschaut haben, größere Analysen gemacht haben auf Twitter und so weiter und das soll schon ein guter Mann sein, also klar, Dinos Ersatzkaliber bekommst du nicht, eins zu eins, selbe bei Endo, plus, vor allem musst du eben, was wir ja nicht tun, für einen Dinos Ersatzkaliber auch entsprechendes Geld in die Hand nehmen, so einen Dinos Ersatz kriegst du nicht für zwei, drei Millionen im Normalfall und wir wollen halt, oder können halt nur leihen, das heißt, da musst du auch nochmal da Abstriche machen in Sachen Kaliber, aber der soll wohl echt, echt ordentlich sein, auch in Sachen eben Typus Mafopanos, körperlich, auch einer, der gerne nach vorne geht, einer, der auch eklig sein kann, der ein bisschen antreiben kann, da sind schon sehr viele doch schon gut Hype gewesen, bei dem Mann, wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit portugiesischen Talenten, sag ich mal grundsätzlich, bei Diaz ausgelassen, wobei der ja auch kein Talent mehr ist in dem Alter, die Stats bei ihm sehen ordentlich aus, ohne dass ich da jetzt noch weiter ins Detail gehen könnte, 5 Millionen Marktwert, 21 Jahre alt, 1,87 groß, eben genau das, vor allem rechter Innenverteidiger, Rechtsfuß, das sieht schon sehr ordentlich aus, kaufen ist eh so ein Thema, da hat man Vertrag bis zu 28, sehe ich hier gerade, ziemlich wild, hat erst im Juli jetzt verlängert gehabt, bei denen tatsächlich, also gegen den hätte ich auf jeden Fall nicht so auf den ersten Blick, wie gesagt, würde ich anlügen, wenn ich da mehr dazu sagen könnte, zu ihm, aber die, die Analysen machen, da man ein bisschen mehr lesen konnte, sieht schon alles sehr ordentlich aus, zu Araujo, und wenn man eben guckt, in Sachen Laie, und was kann man da bekommen, und auf Talente guckt, und irgendwie Dinos Backup, sieht das gar nicht mal verkehrt aus, aber irgendwie die ganze Gerüchtelage zu ihm, gibt mir nicht so die besten, nicht so das beste Gefühl, dass wir ihn wirklich bekommen, weil klar, wir haben jetzt scheinbar wirklich offiziell ein Laieangebot abgegeben, aber Burnley auch dran, andere Vereine auch dran, Wulffs soll dran sein, Wulffs ist ja auch so ein klassischer Klub, wo wirklich sehr viele Portugiesen spielen, was auch natürlich reizend ist für ihn, plus eben natürlich auch Premier League grundsätzlich immer reizender, irgendwie als die Bundesliga, oder eben als auch dann wir, in dem Beispiel, mit Abschiedskampf Jahr für Jahr, wenn wir ihn bekommen, fände ich schon cool, so ganz habe ich aber irgendwie nicht das Gefühl, wir schauen uns natürlich auch noch woanders ein bisschen um, Chil Dias will nicht weg, habe ich hier als Unterschrift mit dabei, weil der hat das nächste Angebot bekommen, Euroleague-Angebot, also Limasol ist das, ich glaube ich spiele noch Euroleague-Valli, oder ich glaube ich spiele sogar sicher Euroleague, Zypon müsste es sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, Limasol, aber er hat wohl keinen Bock, also Dias hat das Angebot, der VfB hat ihm da auch schon seit Wochen nahegelegt, ey, wir planen nicht mit dir, du darfst gerne wechseln, hält sich irgendwie fit mit Personal-Trainern, die vom VfB auch, glaube ich, gestellt sind, aber mehr ist da nicht mehr drin für Chil Dias, auch da vielleicht ein bisschen Gemeindeumgang, muss man jetzt bewerten, kam er erst im Winter, und er hat bei dir dann auch recht regelmäßig gespielt, dann seid Merz nicht mehr dabei, und der Hoene ist eigentlich schon komplett immer außen vor, und jetzt, ja, das Angebot will er wohl nicht annehmen, will nicht nach Zypern, oder will nicht zu Limasol, muss ich auch sagen, finde ich schade, ich meine gut, muss man ihm halt generell gucken, der ist eh Weltenbummler, schon überall gewesen, ewig viele Laien und sowas, jetzt auch, wir, ich glaube, erst der zweite, oder dritte, fixe Transfer, ich glaube, der letzte war irgendwie dann von Monaco, zu Benefica, wie ich es richtig im Kopf habe, als Fixer-Transfer, jetzt eben auch ein Fixer-Transfer zu uns, aber vielleicht auch wir, einfach ein bisschen Quatsch gebaut, vielleicht hätten wir auch den lieber einfach im Winter ausleihen sollen, anstatt ihn eben fix zu verpflichten, auch wenn es natürlich nicht viel Geld war, wie bei Haraguchi auch, beide jeweils so eine Million, also nicht viel Geld, aber beide jetzt keine Riesenrollen mehr, Haraguchi noch ein bisschen mehr als Backup im Mittelfeld, gerade, als Diaz, aber, ja, Diaz, komisches Ding, also wenn ich ein Euroleague-Angebot hätte, und wüsste, ich bin bei meinem Verein aussitiert, würde ich es mir schon eher nochmal anhören, aber das wird wohl eher nichts, wir gucken, ob wir den noch irgendwie losbekommen, sonst ist da, wie auch gleich noch dann Thema wird, kurz, vielleicht eine Vertragsauflösung, eine Lösung bei Cedias, mal schauen, Bredlo nehme ich auch ganz kurz mit rein, weil der jetzt auch genannt wurde, in Spekulationen, sage ich mal, in Sachen Gladbach, weil bei denen ist jetzt wohl Omlin ein bisschen raus, wegen einer Schulter-OP, und da wurde dann eben Namen genannt, wie Ralf Fährmann, das heißt, wir müssen natürlich gucken, wir brauchen kurzfristigen Ersatz, aber danach eben auch sagen würde, ich gehe hinter Omlin wieder zurück, bei Borussia Mönchengladbach, haben sie Ralf Fährmann genannt, Sieler genannt von Hannover, und eben auch bei uns Fabian Bredlo, aber glaube ich irgendwie nicht so ganz dran, ich glaube, das sind generell auch so ein bisschen Namen, die einfach generell mal gesucht wurden, was gibt es denn so für Kaliber, was gibt es denn so auch für Backup-Keeper, in den ganzen Geschichten, weil Ralf Fährmann ist ja irgendwie auch ein wildes Gerücht, zu Gladbach, aber da wollte ich natürlich der Vollständigkeit halber noch mit reinnehmen, und der letzte ist Jekyll, habe auch ein Kicker berichtet jetzt, Paul Jekyll soll mir wohl Interesse haben, oder mal angefragt haben, Union Berlin Innenverteidiger, 1,86 groß, 25 Jahre alt, 5 Millionen Marktwert, eben auch er genau das, Rechtsverteidiger, oder halt rechter Innenverteidiger, kein auch Rechtsverteidiger, kann wohl auch defensives Mittelfeld, auch noch eine weitere Alternativposition von ihm bei rechtsvermarkt.de, kam zu 21 von Fürth zur Union, und auch bei ihm kann ich euch nicht krass viel mehr erzählen, bei ihm auf jeden Fall eine ganz andere Lage noch als bei Araujo, also bei dem sind die ersten Auffassungen von VfB-Fans und Leuten, die es analysiert haben, deutlich negativer, also sehr viele haben gar keinen Bock auf Jekyll, ich kann den wirklich nicht einschätzen so, also es ist auf jeden Fall mal kein Stammspieler mehr bei Union Berlin, das ist ja auch ganz klar, das kommt wohl bei denen ja auch sogar Bonucci, das ist komplett vorgewählt, weil sie vor vier Jahren zocken die Relegationen gegen uns, steigen, doof gesagt, wegen uns auf, weil wir zu blöd sind, die zu schlagen in die Relegation, und vier Jahre später spielen die jetzt mit einem Bonucci hinten drin, in der Innenverteidigung, in der Champions League in Real Madrid, war gestern auch Auslosung, das ist komplett wild, also die Puzzlesteine, die Dominosteine, die da fallen, von Relegationen bis zur Champions League, dann Aufstieg, Klassenerhalt, Conference League, Euro League, Champions League ist schon komplett geisteskrank, was da bei Union Berlin echt abgezogen wird, was die für Pakte geschlossen haben mit dem Fußballgott, das ist echt unglaublich, genau, und Jekyll, muss ich dann auch sagen, was ich so gelesen habe, kann man sich auch ein bisschen beeinflussen, davon tue ich auch bestimmt in manchen Fällen, bestimmt auch nicht gut in manchen Fällen, aber dann ist da irgendwie auch nicht so die große Lust da, wenn du ein Transfergerücht hast, und irgendwie, keine Ahnung, neun von zehn Leuten, die sich den angeschaut haben, sagen, boah, weiß ich nicht, ob das sein muss, dann bin ich da auch selber auch nicht allzu gehypt auf ihn, aber am Ende lieber noch mal mehr in der Innenverteidigung, als weniger, sag ich mal, wenn du wirklich auch defensives Mittelfeld noch spielen könntest, zur Not als Backup, ist das vielleicht auch eine Option, eben auch einen Innenverteidiger zu suchen, der das auch könnte, wenn du eben schon selber keine holst mehr, also wenn du quasi IV, ZDM eigentlich nur so ein bisschen als Planschein hast, aber halt nur einen holen kannst, dann holst du eben einen, der zur Not auch beides zocken kann, in irgendeiner Form, mit natürlich eins Hauptposition, das andere Nebenposition, und bei ihm muss man auch sagen, Thema Scouting, den kennt wohlgemut wohl auch noch aus Wolfsburg, 2014 bis 2017 bei Wolfsburg gewesen, weiß ich jetzt nicht, das ist halt echt irgendwie alles nicht so ganz kreativ, aber da kommen wir dann später noch mal kurz dazu, dann kommen wir zum ganz kurzen Teil, aber natürlich auch dann mit dem wichtigsten Teil, weil offiziell, offizielle Geschichte, natürlich ganz klar, Angelo Stiller, offiziell geworden am 25. August, 18 Uhr abends war es glaube ich, 22 Jahre alt, Mittelfeldspieler, kommt von der TSG Hoffenheim, bevertragt bis Juni 2027, bekommt die Rückennummer 6, natürlich auch hier wieder ganz klar, ist ein Wiedersehen mit Hoeneß, Hoeneß, den kennt er noch von Bayern und von Bayern 2 und auch von Hoffenheim, wo er jetzt ja kommt, die Berichte sind ja auch da schon lange raus, 5 Millionen, 5,5 Millionen Sockelablöse, also die, die auf jeden Fall fällig wird, plus eben Boni, kann das Gesamtpaket auf bis zu 7 Millionen Euro anwachsen, also auch nicht wenig Geld für uns, für den VfB, wenn man jetzt mal guckt, dass wir wirklich auch nicht viel Geld ausgeben normalerweise, auch in der Historie nicht, aber für ihn dann trotzdem glaube ich auch ein angemessener Preis, weiß ich genau, was sein Marktwert aktuell ist, aber in der Region liegt er auch und wenn man da auch gelesen hat, hat er die letzten VfB-Folgen auch angesprochen, Angelo Stiller, dass er auf einem Anfang mal 10 Millionen wollte, hat man da wohl auch nochmal gut ein bisschen runter, ja, runter verhandelt, den Kollegen, auch interessant finde ich immer wieder, war auch bei Jong das Thema, wie die Fans drauf reagieren von dem Verein, von dem er wechselt zu uns, auf den Transfer eben, dass er von dem Verein wegwechst, bei Jong waren auch einige genervt, warum gibst du den ab und bei Hoffenheim auch, wo man natürlich das Thema Fans wieder ein bisschen anders betrachten muss, so als kleiner Shot hier nochmal zwischendrin, aber da haben auch echt viele geschrieben, oder gefühlt alle Hoffenheim-Fans geschrieben, was soll das, so ohne Not die Konkurrenz gestärkt, warum verkaufen wir den, total bescheuert, mir gefällt das nicht, mitten in der Saison, ja, verstehe ich nicht, also die meisten Hoffenheim-Fans sind nicht wirklich happy damit, dass Angelo Stiller abgegeben wurde an uns, wie gesagt, auch zu ihm ein bisschen mehr angesprochen, und ich halte ihn für einen guten Transfer, junger Spieler, schon viel Bundesliga-Erfahrung, trotzdem auch 21-Nationalmannschaft, auch da einfach eine der Talente bei uns halt in Deutschland generell auf dieser Position ZDM, ZM und ja, die Kohle finde ich auch in Ordnung für ihn, natürlich Endo-Ersatz 1-1 bekommst du sowieso nicht, auch ihm dann Zeit lassen, sich das angucken, ihn ankommen lassen, aber er natürlich steht auch komplett im Saft, hat ja auch bei Hoffenheim auch noch, ich glaube Stamm auch gespielt, auch im letzten Bundesligaspiel, dann noch bevor er zu uns gewechselt ist, da bin ich schon sehr positiv gestimmt, was Angelo Stiller angeht, und auch er, da hat wieder die passenden Zitate gefunden, hat Bock da drauf, hier nochmal am letzten Spieltag war ich mit Hoffenheim hier in der Arena, so eine Stimmung wie hier in Stuttgart habe ich noch nie erlebt, das war schon besonders bei der Atmosphäre auf dem Platz zu stehen, auch wenn ich da noch für das andere Team gespielt habe, jetzt freue ich mich, dass ich die Fans hinter mir habe und sie uns pushen, das hört man absolut immer gern, und auch Hoeneß hat sich zu ihm geäußert, ein bisschen analytischer, noch Zusteller auf der Pressekonferenz, ich kenne ihn schon länger, Angelo ist ein guter Fußballer, ein klassischer Sechser, er ist in der Lage, aufgrund seiner technischen und taktischen Fähigkeiten einem Spiel einen gewissen Rhythmus zu geben, trotzdem ist er ein junger Bursche, die Erwartung kann nicht sein, dass er jetzt zwar Taro ersetzt, aber wir trauen ihm zu, für uns eine gute Rolle im Mittelfeld zu spielen und sich weiterzuentwickeln, das will man doch hören, und wie gesagt auch da, klar, bei Wohlgemut habe ich es so ein bisschen kritisch beäugt, gerade das Thema, nur Leute zu holen, die das so ein bisschen kennt, oder dass das da ein bisschen begrenzt ist, kann man auch hier vorwerfen, dass man echt gefühlt nur die Wunschspieler von dem Hoeneß holt, mit Jong, Stiller und sowas, und To Richards ist ja auch nochmal einer, in Gerüchten den Hoeneß kennt, wo er es bei ihm eben einfach dann auch vom bisherigen Rekord bei uns, vom bisherigen Arbeit bei uns von Hoeneß dann da positiv auslege, dass man sagt, der Trainer hat hier einen super Job gemacht, hat uns da irgendwie noch weltwundermäßig gefühlt drin gehalten, letzte Saison, Saison-Endspurt, generell gute Entwicklungen unter Hoeneß genommen, wir spielerisch, von der Mannschaft und so weiter und so fort, das heißt, da gebe ich noch mehr quasi den positiven Stempel drauf, dass man sagt, dem Trainer gebe ich die Spieler, die er haben will, dann bin ich da erstmal positiv eingestimmt, dass eben der Trainer sich auch schon kennt und eben auch diese Spieler auch will, und das letzte noch bei offiziell Mola, gerade vorhin angesprochen, Thema Diaz, dass da vielleicht auch eine Möglichkeit besteht, von einer Vertragsauflösung, genau das haben wir gemacht bei Clinton Mola, mit beidseitigem Einvernehmen, eh nur noch ein Jahr Vertrag gehabt, bis nächsten Sommer, er ist jetzt ein freier Spieler, kann frei sich nach einem neuen Verein orientieren, blieb ihm auch ein bisschen schade, weil ich kann mich noch erinnern, die ersten Einsätze von ihm kamen ab von der Chelsea-Jugend U23 2020 im Januar zu uns, natürlich auch für quasi kein Geld, glaube ich, halt wieder so ein bisschen Ausbildungsentschädigung war es, glaube ich, damals, und der war halt echt ordentlich eigentlich bei den Auftritten, so hat er nicht viele bekommen, aber da, wo er spielen durfte, war er in Ordnung, fand ich, natürlich auch immer ein sehr junger Bursche gewesen, Frau Bischof schreibt jetzt sogar Innenverteidiger, ich meine, er war mal Linksverteidiger, aber jetzt ist er eben sogar Innenverteidiger geworden, wie auch immer, ist eine Laie dazu, Blackburn Rovers war auch nicht besonders gut in der 2. Englische Liga, und dann eben bei ihm das große Thema, Langzeitverletzungen des Todes, glaube ich, er war auch gefühlt 1,5 Jahre oder so in Summe raus, wenn nicht sogar mehr, also auch nie so richtig angekommen dadurch, und jetzt eben Vertragsauflösung, mal gucken, wo es ihn hinzieht, wahrscheinlich dann in irgendeiner Form von England, tippe ich mal bei englischen Spielern, bei ihm war auch so ein bisschen Heimweh-Thema mal, deswegen auch die Laie zu Blackburn nach England zurück, tippe ich mal, dass er irgendwas, Anführungszeichen, Unterklassiges in England findet, vielleicht irgendwo 2. Liga, 3. Liga in England, deswegen auch Clinton Buller hat sich, glaube ich, hier nichts zu Schaden kommen lassen, einfach nicht das Niveau, was wir aktuell brauchen, auch Durchfletzungen sich nie durchsetzen können, eigentlich auch gefühlt, deswegen bei ihm einfach alles Gute, mal gucken, wo es den Mann jetzt hinzieht. Dann ein ganz kurzer Teil zu Kader, begegnet nur kurz 2 Spieler, aber gleich im nächsten Punkt, der noch ein bisschen länger wird, und der, wie ganz am Anfang angekündigt, auch wahrscheinlich ein bisschen chaotischer wird, in Sachen Stichworte und Tweets und Artikel und so weiter, und sich eben auch so ein bisschen auf den Kader bezieht, im nächsten Punkt, deswegen ist das quasi nur eine Überleitung in den nächsten Punkt, aber ganz kurz zu 2 Personen, muss ich einfach nochmal ansprechen, Zeru Gerasi, Zeru fucking Gerasi, vorhin angesprochen, wenn der die Quote so weiter zockt, macht er 22 Hütten, fast 21, 22 Hütten, wenn man es hochrechnet, rechnerisch, auch einer von uns einfach, es ist einfach so, so geil sowas zu sehen, Gerasi, auch auf Twitter unterwegs, und hat hier eine gepostet gehabt, VfB-Fan, dass der auch was, halt auch so, so witzige Sachen geliked hat, so VfB-Fan-typische Sachen geliked hat, aber deswegen bin ich, nur weil er ein Tweet liked, ist jetzt kein Indikator, dass er bleibt für mich, das ist ja auch irgendwo logisch, aber bei ihm habe ich ein gutes Gefühl, dass er wirklich auch am Deadline-Day halt einfach nicht mehr zuckt und hier bleibt, das wäre auch unsagbar wichtig, Gerasi ist, wenn wir den noch abgeben, hilft Gott, aber das zeigt ja gerade nichts drauf hin, was wir nochmal angesprochen haben, dass die Grundgefahr immer noch in irgendeiner Form immer besteht, aber hier hat einer etwas gepostet, wie viele Nervenzusammenbrüche musst du durchschnittlich am Tag wegen Fußball erleiden, und darunter war so ein Video von Mio, wo er gefilmt wurde nach dem Training im Auto beim Rausfahren, ich glaube, da wurde gefragt, glaube ich, wie viel der Platz der VfB wird, ich glaube, Mio hat irgendwie Zehnter oder Zwölfer oder sowas gesagt, weiß nicht mehr genau, aber den Tweet eben, wie viele Nervenzusammenbrüche musst du am Tag erleiden, zwölf, und den Tweet liked halt einfach Gerasi. So, Gerasi wirkt für mich einfach wie so ein Casual-Typ, der einfach Bock am Kicken hat, natürlich auch schon älter ist, einfach auch schon sein Standing hat, seine Erfahrungen hat, auch bei uns natürlich absoluter Führungsspieler, Stammspieler ist, Lebensversicherung ist, der sein Standing hat, der weiß, was er kann, der einfach ein Boss ist, so fertig aus, einfach grandios, noch bei ihm vorhin ja angesprochen, gegen Leipzig wieder, ich glaube, mit den meisten Torschüsse abgegeben von uns, die Hütte gemacht, dann auch wieder einfach eiskalt, gar nicht angesprochen, unser eigenes Tor gar nicht angesprochen, bei Leipzig, aber auch da riesen Fehler von Raum, Kares überzwischen, der bekommt einen Ball, hat die Ruhe, steht auf dem Ball, Schusstäuschung, der rutscht irgendwo hin, ein bisschen Glück gehabt natürlich der Abschluss dann, dass er so noch reingeht, aber einfach eiskalter Typ, auch bei ihm eben einfach die meisten Zweikämpfe gewonnen, von uns, vom VfB-Kader, gegen Leipzig als Stürmer, und das, ja, auch einer, der einfach immer wieder Ruhe ausstrahlt, wurde sehr oft gepresst, von den Leipziger Spielen, aber der Ruhe ausstrahlt, der Bälle festmacht, wenn es halt nicht klappt, dann lässt er sich halt fallen, oder zieht es faul, einfach ein geiler Typ, muss ich nochmal angesprochen haben, und dann nochmal Wagnoman, weil da kamen irgendwie auch wieder ganz viele Gerüchte, vom Kicker, glaube ich war das, ja, Kicker, der dann gesagt hat, ja, Wagnoman fällt aus, das ist ja, wissen wir ja alles, dass er ausfällt, aber das ist jetzt quasi nicht nur, nicht nur so eine, was war das hier, ich glaube, Müdigkeit, oder irgend so eine, so eine, so eine Müdigkeitsreaktion, vom Fuß, oder sowas, in Richtung, dass es halt nicht mal das ist, sondern sogar ein Mittelfußbruch, das wurde berichtet irgendwie vom Kicker, Mittelfußbruch, was natürlich deutlich länger dauern würde, aber das wurde halt auch wieder widerlegt, also Kicker, halte ich immer noch weiterhin für eine gute Quelle, weil es ist halt der Kicker, und die haben einfach eigentlich ein gutes Ansehen, aber in Sachen VfB ist da mittlerweile schon echt, öfter mal Quatsch dabei, auch in, auch, sag mal in, oder für mich Quatsch, muss ja auch jeder selber bewerten, oder für viele VfB-Fans auch, nicht nur für mich, ähm, und auch in manchen Bewertungen, manchen Artikeln und so Geschichten, zum VfB, gar nicht unbedingt nur Gerüchte, aber generell, Kicker, gerade echt ein großes Fragezeichen hinter, was die da teilweise abliefern zum VfB, und das war dann wohl auch Quatsch, weil da wurde ja auch dann ganz klar gesagt, ähm, oder auch hier von SCN, von meinem VfB berichtet, dass er vor der Rückkehr steht, auf dem Trainingsplatz beim VfB, in der Länderspielpause, und auch Hoeneß hat sich geäußert, zu ihm, auf der Pressekonferenz, äh, zu Joshua Wackmann, hier genau, hat er sich eine Ermüdungsreaktion, das war das Wort, was ich gesucht habe, eine Ermüdungsreaktion, im Fuß zugezogen, musste aufgebaut werden, steht kurz davor, aus der Reaktion zu kommen, die letzten Schritte Richtung Mannschaftstraining zu machen, er ist auf einem guten Weg, und das ist halt was anderes, als der Mann hat einen Mittelfußbruch und fällt gefühlt noch, oder fast bis Jahresende aus, das war so ein bisschen der Tenor vom Kicker, und da muss ich halt echt so ein bisschen, ein bisschen die Frage in den Raum stellen, was, was das soll, aber beobachten wir uns mal weiter, wie gesagt, Kicker eigentlich grundsätzlich eine gute Quelle, ähm, hier natürlich im guten Sinne falsch gelegen, weil besser, dass Wackmann schneller, schneller zurückkommt, als, äh, als das wirklich bis, bis, äh, Jahresende dauert, wie bei Nathai zum Beispiel, aber Kicker, muss man schon echt so ein bisschen beobachten, was sie da teilweise gerade, äh, abliefern. Nun, zu dem wohl, vermutlich, vielleicht kriege ich es auch besser hin, ich hoffe einfach mal, aber vermutlich bis zum chaotischsten Punkt und auch dem kontroversesten Punkt und spannendsten Punkt, so ein bisschen, der hochgekocht ist in den letzten Tagen, deswegen einfach mal genannt hier Stress. Wie gesagt, auch hier geht es gleich ein bisschen um Kader, aber einfach auch generell um Stress. Der Kicker, na, wie gesagt, auch da, wenn wir jetzt gerade gesehen haben, mit dem Mittelfußbruch und so Geschichten, wer weiß, ob da wirklich aktiv, wie viel da auch dran ist, aber wurde, ich glaube, auch noch ein bisschen öfter bestätigt oder zumindest viele darüber berichtet, also, glaubt, da ist dann schon auch was mit dran oder kann man sich ja auch vorstellen, hat einen Artikel rausgehauen, auch kein Online, also wirklich wieder so ein, ja, ein Online-Zeitungs-Abo oder eben noch die Hand, die, die Zeitung wirklich physisch in der Hand, ähm, deswegen war es kein Artikel oder sowas, aber haben natürlich trotzdem genug Leute, äh, dann auch gepostet dazu oder eben auch sogar den ganzen Artikel gepostet auf Twitter, muss man auch sagen, dass man da auch so ein bisschen in Frage stellen kann, generell, äh, das Thema so Bezahlschranken oder wie auch immer, weil auch jedes Mal bei, bei, äh, natürlich für die Zeitung ein Scheiß, ist ja auch ganz klar, in dem Bereich bin ich ja gerade auch so ein bisschen, ne, generell mit Journalismus und so, was ich da im Studium mache und so, ähm, ausbildungsmäßig natürlich eigentlich fast schlecht, was ich sage, aber so ist es halt, weil zum Beispiel auch bei Bild, jedes Mal kommt Bild-Plus-Artikel zum VfB, wartet es 15 Minuten und irgendwer hat halt das Bild-Plus-Abo und schreibt unter den Bild-Artikeln noch im besten Fall sogar, äh, auf Twitter drunter, um was es geht, so, also so ein bisschen ist der Sinn davon mittlerweile echt abhandengekommen, eben hier wieder Kicker-Thema, ist halt auch wieder gepostet worden, das Ding einfach so, fertig, also, aber es ist ein bisschen, ein bisschen abschweifend gewesen gerade, ähm, aber da geht es wohl darum, dass wir durchaus wieder Stress haben, gerade in Sachen Kader, gerade in Sachen, was hält der Trainer in Sachen Kader, und was hält der Aufsichtsrat und so Geschichten vom Thema Kader und vom Thema Transferplanungen, ähm, weil hier eine Geschichte aus dem Kicker-Artikel ist eben, dass tatsächlich nach dem 5-0 gegen Bochum, äh, wohl der Aufsichtsrat der Meinung war, dass man jetzt tatsächlich doch noch weitere Spiele abgeben könne, äh, und trotzdem eine ruhige Saison spielen kann, also dem war wohl der 5-0-Sieg, laut dem Artikel, ähm, so, so überwältigend, in dem Moment wahrscheinlich, nicht, äh, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, jo, ey, lass doch noch weitere Spiele abgeben, wir brauchen ja das Geld, sieht ja doch ganz gut aus, wir können auch ohne, noch einen weiteren Stammspieler oder sowas, ähm, eine ruhige Saison spielen. Das ist natürlich sowieso generell schon mal fragwürdig, falls das stimmt, weil das ist natürlich schon sehr naiv, ähm, und hier auch dann noch der nächste Punkt, Hoeneß hat wohl kritisiert, und hat auch wohl aktiv den VfB-Aufsichtsrat kritisiert, ähm, dass er weitere Spielerverkäufe will, äh, er sieht auch den Kader nicht für vervollständigt oder für vollständig an, ähm, interessierend, das ist halt auch hier weder personell noch mental, ähm, also mental kann man jetzt sagen, dass die Spieler irgendwie falsch eingestellt wären, ich glaube, sie meinen da eher in die Richtung von Mentalitätsspieler, mal vor Panos abgegeben, Endo abgegeben, da natürlich, da fällt schon viel weg in der, in der Hinsicht, noch hier noch die, die klassischen Geschichten von Innenverteidigern sollen auch geliehen werden, ähm, ähm, aber das ist jetzt hier nicht das Hauptthema, ähm, auch hier nochmal Hoeneß, auch beim Kicker nochmal, ich glaube, da waren andere Artikel dann, aber auch beim Kicker nochmal appelliert, ähm, den Verkauf von Gerasi zu vermeiden, ähm, also auch da wurde wohl tatsächlich, weil es eben auch ein paar Mal bestätigt wurde, ein paar Mal, äh, angesprochen wurde, natürlich hauptsächlich vom Kicker, wurde wohl echt Sebastian Hoeneß beim Aufsichtsrat vorstellig, hat gesagt, ey Jungs, jetzt mal Butter bei die Fische, was, was läuft hier, was macht ihr hier, was soll das, und das ist dann schon ein klares Zeichen, dass man da schon auch, ja, das sollte man schon als Zeichen nehmen, finde ich, wenn es, wie gesagt, wenn es stimmt, ähm, dass vielleicht da nicht alles so ganz zusammenläuft, dass da wirklich auch wirklich wieder intern ein bisschen Stress da ist, also eine Position mit Sebastian Hoeneß, ähm, wo einfach kein Stress da sein sollte, also ich habe wirklich keinen Bock da drauf, dass der Trainer jetzt hier sagt, vor der Saison, super, mal von Partnern aus weg, Endo weg, hat er auch auf der PK ein paar Mal gesehen, gerade zu Endo, dass er wirklich einfach nicht glücklich darüber war, logischerweise auch, wer wäre da schon auch glücklich drüber, ähm, aber dass er wirklich auch aktiv gesagt hat, dass er nicht glücklich darüber ist, ähm, ich glaube, auch auf der PK zu Endo hieß es, ja, wir wollen ihn mit zwei, mit zwei Männern im besten Fall ersetzen, das bekommt er nur einen mit Stiller, ich meine, im Normalfall, wie gesagt, meine Einschätzung, seine Einschätzung, er kennt ihn, also, da würde, glaube ich, happy sein, dass er Stiller bekommen hat, aber er hat gesagt, ja, mit zwei Spielern im besten Fall ersetzen, den zweiten bekommt er halt nicht, ne, Innenverteidiger Mafopanas weg, jetzt kriegt er halt nur noch irgendeinen Spieler geliehen, klar, der Spieler kann auch gut sein, Laia heißt nicht gleich, dass er scheiße wird, aber vom Kaliber her, kriegt er halt nur einen Spieler geliehen, gibst deinen Stamm-Innenverteidiger in meisten Fällen mit Mafopanas für 20 Mio plus ab und kriegst dafür nur einen Innenverteidiger geliehen, so, dass er da als Hoeneß angepisst sein könnte, verstehe ich schon, ich hoffe, dass es nicht allzu weit geht mit der Angepistheit, äh, bei Hoeneß, weil der, wenn der uns in irgendeiner Form abwandert, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, ähm, plus eben auch, wie gesagt, wenn es das stimmt, was der Kicker berichtet hat, dass er wirklich vorstellig wurde beim Aufsichtsrat, ist das schon ein ganz klares Zeichen und vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht dazu gibt es keine Gerüchte natürlich und auch vielleicht nur einfach eine Angst dann von Hoeneß selbst oder einfach einen Appell, den er für nötig hielt, aber wenn der Trainer hingeht und sagt, ey, Jungs, weitere Verkäufe machen wir nicht, das ist dumm und man verkauft auch kein Gerasi bitte noch, dann gibt das schon auch so ein bisschen mit auf den Weg, dass da vielleicht wirklich auch, ähm, die Gedankenspiele da sind eben beim Aufsichtsrat, dass sie noch wen verkaufen wollen, natürlich, größte Tafels ist bei Werk, Gerasi, aber das wäre ja komplett geisteskrank, ähm, dazu, wie gesagt, gibt es auch keine Gerüchte, deswegen, da will ich es auch nicht höher aufbauschen, als es ist, aber, ist schon auch ganz klar und, auch hier nochmal Thema Kicker und als Quelle, ich will da gar nicht unbedingt so, so tief drauf, drauf, drauf rumreiten, weil Kicker eigentlich grundsätzlich eine gute Quelle ist, auch für mich weiterhin seriöse Quelle, aber natürlich auch richtigerweise, hat der Kicker auch schon, und natürlich nicht nur der Kicker, auch viele andere, natürlich auch schon oft geschrieben, was ja irgendwie logisch ist bei Transfers, da kann oft mal viel passieren in Planungen, äh, und was der VfB kommuniziert und was dann wirklich auch passiert, auch manchmal andere Geschichten, aber auch ganz richtig ist, bei Stiller hieß es noch davor, dass das Budget weitestgehend ausgeschöpft ist, und dass er vielleicht zu teuer ist mit den 10 Millionen, gut, da haben wir jetzt runtergehandelt auf 5,5 bis 7, haben wir trotzdem viel Code ausgegeben, da hieß es irgendwie auch so ein bisschen anders noch beim Kicker und glaube auch bei anderen Quellen, ähm, zwei Tage vor Undaff hieß es auch, wir können uns nicht leisten aktuell, auch eine Laie nicht leisten, auf einmal war er da, selbe bei Stiller, also auch da muss das auch nicht komplett für Baren Münze genommen werden, würde auch da keinen Wundern, wenn es jetzt heißt, weil gut, der VfB kann eigentlich keinen Innenverteidiger oder keinen ZM mehr holen, auf einmal steht doch einer auf dem Platz, jetzt haben wir keine zwei Tage mehr Zeit, weil heute Abend 18 Uhr schließt das Transferfenster, ne, aber ich verstehe glaube ich, was ich meine, ähm, generell, Thema Kader ist natürlich immer ZDM, dann die eine Planstelle, wo auch manchmal noch einen haben wollen, äh, jetzt haben wir halt eben, Karasor und, äh, Stiller, die normalerweise da Stamm spielen, und eben in der Rück-, in der, in der Hinterhand halt keinen klaren Sechser, Achter so richtig mehr, ne, letztes Jahr war man auch, zumindest in der Rückrunde nicht großartig anders aufgestellt, weil da war Armada auch schon weg, vor der Saison warmers, weil da hat man noch Armada gehabt, halt Endo, Karasor, Armada, jetzt halt so in der Rückrunde ja auch eigentlich nur Karasor und Endo, man muss halt bei beiden, wie auch die Saison wieder, drauf hoffen, dass Stiller und Karasor nicht wirklich verletzungsanfällig werden, ähm, in der Hinterhand hast du halt Narteil positionsmäßig, aber da fällt er auch noch bis, äh, bis, bis Jahresende aus und so richtig, der ist halt wirklich einfach Backup, der ist nicht wirklich Startelf-Qualität, ähm, plus eben Leute, wie man aktuell gesehen hat, gegen Bochum hat's gut ausgesehen, weil wir gewonnen haben, gegen Leipzig vielleicht ein bisschen schwächer, obwohl er auch ein okayes Spiel gemacht hat, äh, Eckloff, äh, aber eben auch so Leute, die man halt nur so ein bisschen positionsfremd da hinstellen kann, mit einem Eckloff und einem Mio und so Geschichten, Haraguchi von mir ist auch noch in der Hinterhand, aber kann schon auch verstehen, warum da manche die Planstelle, äh, ZDM, ZM-Backup, äh, dass auch das, was aus der PK ganz klar rauskam, auch ein ganz klares Zitat von Sebastian Hünens aus der PK, ähm, dass, dass man da noch was braucht, so, ne, wir sind dran, es wäre sicher sinnvoll, noch jemanden zu bekommen, ähm, der hat auf jeden Fall auch hier nicht nur quantitativ, äh, der Ersatz von Nöten, auch, also auch in dem Sinne dann eben qualitativ, hat er ganz klar auf der Pressekonferenz gesagt, jetzt hier gestern Mittag um 14 Uhr, ähm, und das ist auch schon mal ein klares Zeichen, wenn er sich auf die Pressekonferenz hinsetzt und sagt, wir sind dran und wir brauchen da noch was, ich will da noch was, das hat es natürlich nicht genau so formuliert, aber schon, schon klar, fast bockig hingesetzt hat, ich will noch einen Innenverteidiger, so, fertig, aus, ich brauche noch was für den Kader, ähm, kann man jetzt sagen, negativ, dass er vielleicht dadurch auch nochmal in seiner Kritik und Aufsichtsrat und Kaderplanung sich, äh, die Chance ergriffen hat und gesagt hat, ich hocke mich jetzt auf die PK und mache so ein bisschen Tacheles und sage, ich brauche noch einen, oder wir legen es positiv aus und sagen, wenn sich ein Trainer so hinsetzt auf eine PK mit so einer Klan, Aussage, hat er auch gesagt, wir sind dran, dann weiß er auch, dass er im Hintergrund da genug läuft, dass er sich sicher oder sich sicher fühlt, das zu sagen, weil noch eben jemand kommt, je nachdem, wie man es auslegen will, negativ oder positiv, ähm, und eben generell, Thema, jetzt gehe ich hier mal in meine Notizen rein, ist halt das Thema Kohle und das Thema Kader in dem Punkt hier, ähm, ich glaube zum Thema Kader und Aufsichtsrat und Hoeneß habe ich das meiste angesprochen, was ich hier mit drin habe, ähm, Porsche-Deal ist auch immer wieder noch in den Geschichten mit drin, passiert da was, ist da wirklich Vogtschuld, das ist am Ende doch nicht passiert, bei dem bin ich, glaube ich, weiterhin einfach auch beruhigt, wahrscheinlich auch beruhigt, weil ich es sein will, weil ich glaube da einfach nicht dran, dass der Deal nicht zustande kommt, auch schon oft genug angesprochen, aber nur mal ganz kurz, ähm, dass ich einfach nicht glaube, dass sich da wirklich noch was dran ändert, wenn sich so Riesenparteien, Porsche, Mercedes, MAP, VfB, hinsetzen in die PK und sagen, Abschiedserklärung, wir haben da Bock drauf, andere Player bitte auch noch dazukommen, ähm, andere große regionale Player auch noch zum VfB dazukommen, so Appelle machen, dann dauert das jetzt halt wieder länger, weil es halt irgendwie VfB-typisch, dass es wieder länger dauert und braucht kein Mensch, dass es lange dauert, aber ich glaube denen dann schon, dass es dann irgendwann im September offiziell wird, das Thema, ähm, Frage wann im September, man könnte es ja vielleicht sogar auf der Mitgliederversammlung, dann nächste Woche Sonntag, ähm, veröffentlichen wir ja auch so ein bisschen kluger Schachzug von den VfB-Verantwortlichen, das da, sag mal, groß, äh, nochmal anzukündigen, dass das Ding jetzt offiziell ist, aber da wäre ich jetzt erstmal beruhigt, ähm, keine Gerüchte gibt es, dass da irgendwie Porsche jetzt, äh, vielleicht doch, doch mal aussteigt, keinen Bock hat, weil es der Vogt nicht wollen, das sind so ein bisschen die Gerüchte, äh, Vogt nicht auf der hohen Position haben wollen beim VfB, aber wie gesagt, da bin ich eher mal beruhigt, aber eben für das Thema Kader auch ein Ding, weil, klar, das haben ja auch viele, sag mal, missverstanden oder missinterpretiert, nur weil jetzt Porsche kommt, dieses Riesenpaket von bis zu, also es ist kein klares 100 Millionen Paket, aber bis zu 100 Millionen kann es eben sein, ähm, noch nicht da ist, aber so oder so, das Paket wäre eh nicht so gewesen, dass du jetzt dann mit denen Vertrag unterschreibst und die dir 100 Millionen überweisen, ist aber da auf langen Zeit angelehnt und irgendwie, haben wir da, ich bin jetzt auch nicht sicher bei den Zahlen, aber irgendwie 10 Millionen im Jahr oder so grob geschätzt dann eben sind, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf die 10 Jahre ausgelegt war, ich glaube schon, also das sind auf jeden Fall nicht so, was ich sagen will, nicht so, dass wir 100 Millionen bekommen hätten von denen direkt, äh, sondern eben Jahr für Jahr und immer mehr Sicherheit, aber eben, haben oder nicht haben das Geld und das ist ja eben auch einfach eine sichere, sichere Grundlage eben auch und mehr Geld, das du hast, in Sachen, ich muss weniger Spieler abgeben, bloß ich habe mehr Handlungsspielraum, ähm, und das ist eben aktuell auch nicht da, also vielleicht auch deswegen, weil eben der Ding noch nicht abgeschlossen ist, auch da vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Probleme, ähm, die wir da haben, ähm, hier nochmal kurz, weil wir das Thema Kader hatten, habe ich auch nochmal Wohlgemut angesprochen, oder mir aufgeschrieben in den, in den, äh, Stichpunkten, weil, Thema Kaderplanung, musst du schon auch sagen, ein Undaf ist was, sag mal, Besonderes in dem Sinne, also eben keiner ist, den man jetzt aktiv gekannt hat, aber auch da muss man sagen, ein Höne, äh, Undaf ist generell kein Unbekannter, für guter Transfer, hoffentlich schlägt er ein, wenn er eben dann, äh, wieder verletzungsfrei ist, aber auch da war ja Hünnes mal bei, bei, bei Brighton am Start, so ein bisschen Hospiz-mäßig, also kennt er den auch von Brighton, hat vielleicht auch ein gutes Wort eingelegt dann für, für ihn, ähm, Jong kennt er von, von, äh, von unserer, von der Bayern-Zeit, Schiller kennt er von Bayern und Hoffenheim, Richards wurde er kennt von Bayern und Hoffenheim, ähm, Nübel ist irgendwie auch, guter Transfer, äh, aber eben auch keiner, der ist irgendwie, sag mal, vielleicht überraschend kam, im Sinne von, dass er, ähm, dass man sich, vielleicht nicht dachte, dass man den bekommt vom Kaliber her, dass man den nicht bekommt von den Bayern oder sowas, aber ist eben auch ein großer Name so, ähm, sonst, haben wir es sonst noch geholt, Leveling, ja, Union, ähm, da haben wir jetzt keine direkte Connection dazu, natürlich, ähm, der gute Herr Milosevic ist auch noch einer vermisst, den Tat von früher, ähm, jetzt soll ich sicher irgendwie ein Vergessenen noch geholt haben, oder nicht, ich habe tatsächlich nicht mehr alle im Kopf gerade vom VfB, äh, aber, das sind eben irgendwie alles gar nicht mal so die, überraschendsten, gar nicht mal, natürlich muss auch nichts, nichts Gutes heißen, dass man immer Talente holt, also muss jetzt, ist es keine Garantie dafür, dass es richtig geil ist, wenn er kommt, ähm, aber ist jetzt irgendwie nichts, nichts Überraschendes, Mittelstädt ist auch ein bekannter Name, vom Absteiger Hertha, ähm, Stagio natürlich noch vergessen, ähm, den, in Anführungszeichen kennt man den ja auch fast, ne, weil, mit St. Gallen vorhin angesprochen haben wir auch ständig hin und her, und auch schon öfter mal Leute verliehen unsere Geschichten, ähm, ja, und sonst war es das ja, also das ist jetzt nicht so dieser, das eine, dieses eine überraschende Transfergerücht zu irgendeinem krassen Spieler, zu irgendeinem krassen Talent oder sowas, wahrscheinlich, vielleicht hat man es auch dabei gehabt, man bekommt ihn halt nicht, hier mal Araujo wäre einer, wo man ein bisschen überraschend wäre und talentmäßig, auch da, klar, Portugal, den Markt haben wir auch schon öfter mal gescoutet, aber es wäre so ein überraschender, wenn wir den jetzt bekommen, ähm, der jetzt nicht so in diese, in die Schiene, gerade eben in dem Vergleich, Araujo und Richards auf Innenverteidigerpositionen für Laie, dass wir eben dann jemand, wo man sagen würde, der ist eher überraschender, eher, sag mal, ein Talent und so Geschichten, wo man jetzt in Richtung, sag mal, ein bisschen Tatscouting gehen würde, äh, als jetzt eben Richards, den man wieder kennen würde, weil er eben unter Hoeneß bei, Bayern und bei Hoffenheim aktiv war, ähm, kann man eben da so ein bisschen auch Kritik äußern, wurde auch ein bisschen Kritik geäußert, kann ich auch in irgendeiner Form ein bisschen verstehen, ähm, dass, 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 dass das Thema, äh, Wohlgemut und sein Scouting oder VfB und sein Scouting generell, wo man halt da auch einfach ganz generell sagen muss, um kurz bei Wohlgemut zu bleiben, ähm, dass man eben da vielleicht auch ein bisschen Unrecht tut, äh, im Sinne von der Erwartungshaltung, ich glaube, viele sind noch ein bisschen Tatsfans, ich bleibe auch dabei, natürlich auch viele, die nicht so ein bisschen Tatsfans sind, die vielleicht gerade gut finden, dass man eben nicht immer nur Talente holt, äh, oder eben, Talenten-Namen holt, die keine Sau kennen, sondern eben vielleicht Leute, wo man sich auch ein bisschen davor schon mehr ein Bild machen kann, ähm, aber, die haben ja auch ganz verschiedene Karrierewege, auch Thema Interviews, da haben auch viele gesagt, boah, Wohlgemut, vor der Kamera, das ist auch nicht so stark, und die ganzen Gerüchte, dass er kein Englisch könne, könne und so, so Geschichten, muss er eben sagen, Karriereweg, ein bisschen Tatwohlgemut, ist irgendwo auch logisch einfach, ein bisschen, er kommt von Dortmund, er kommt von Arsenal, so, das, 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 das mehr Präsenz, das ist größere Vereine, das ist dann eben auch so ein bisschen, ja, einfach mehr, mehr Erfahrung auch in Top-Clubs dabei, ein bisschen, das konnte eben vor der Kamera, der konnte mit den Journalisten, der konnte mit den Fragen umgehen, gute Antworten geben, immer die richtigen Worte finden, Wohlgemut kommt halt von der Wolfsburg-Jugend, dann Kiel, Paderborn, auch da eher, manchmal auch noch im Hintergrund gearbeitet, da ist eben die Präsenz nicht so drauf, da sind die großen Lichter nicht so drauf, wie auf einem Mission, sind da davor bei Arsenal und Dortmund und sowas, deswegen muss man das einfach vielleicht auch ein bisschen zugestehen, ihm auch Zeit geben, dass da eben nicht den Outperformer spielt, da von Beginn an, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber und eben auch in Sachen Scouting und so Geschichten, mit Plattformen selber aufgebaut, bla bla bla, bei Dortmund, die Missler-Geschichte, Diamantenauge kennen wir alles, auch nochmal ein anderes Kaliber, eben einfach zu einem Wohlgemut auch, also vielleicht auch alles so ein bisschen, ein bisschen zu erwarten, darfst immer Kritik äußern, gerne, wenn es konstruktiv ist, wenn es sinnvolle Kritik ist, aber alles auch so ein bisschen zu erwarten, wenn man auf die Vita schaut, ist eben der Vergleich ein bisschen Wohlgemut, den man einfach so anstellen muss, weil eben Wohlgemut ja ein bisschen hat, ja quasi abgelöst hat, ersetzt hat, dann eben Winter, dann das andere Thema ist natürlich auch, ganz, ganz klar, finanziell, das Thema Finanzen, weil hier auch eine Seite rausgesucht, rausgesucht, die das nochmal herausgestellt hat, bei Transfermarkt.de eben quasi Einnahmen gegen Ausgaben, wo man sich das anzeigen lassen kann, und das sind wir halt in der Bundesliga seit der Saison 19-20, also seit dem Abstiegssommer, sage ich mal, einfach Transfer plus König, so 222,21 Millionen eingenommen, 91,44 Millionen ausgegeben, das steht auf dem Zettel, 130,77 Millionen eingenommen plus, laut Transfermarkt.de, Hoffenheim danach bei 124, und danach kommt schon Schalke bei 62, 62, weniger als die Hälfte auf Platz 3, in Sachen Saldo, in Sachen Transfer plus, und trotzdem hast du immer wieder das Gefühl, auch hier wieder, Mafopanus wird 20 abgegeben, und du kriegst ihn nur ersetzt, mit einem Laie-Innenverteidiger. Und da ist eben immer so ein bisschen die Frage, warum ist dieser Handlungsspielraum so gering? So, warum passiert da nichts? Warum haben wir da nichts? Warum geht da nichts? Ich sage mal, klar, Transylator.de, da ist auch bestimmt nicht alles dabei, die Spieler bekommen auch hier Gehalt, beispielsweise auch in Zagadou, steht da bei dem wahrscheinlich, als ablösefrei drin, wobei auch da immer berichtet wurde, dass da irgendwie ein Gesamtpaket dann doch mit Berater und Handgeld und so von irgendwie 6, 7 Millionen war, deswegen 30, 130 Millionen, sagen wir mal fair, und sagen 115 Millionen, oder von mir aus 110 Millionen, Transfer plus, ist ja trotzdem unsagbar viel, über die letzten 4,5 Saisons, sage ich mal, weil jetzt würde zur vollen Saison noch das Transferfenster im Winter fehlen. Das ist halt schon brutal, und trotzdem hast du das Gefühl, also nicht wirklich, nicht wirklich, nicht wirklich zahlungsfähig, nicht wirklich handlungsfähig bist, weil klar, Gerasi für 9 gezahlt, ist für uns recht viel Geld, auch ein Stiller für bis zu 7, aber du hast eben auch entsprechend eingenommen, also Stiller und, und Gerasi sind so naiv gerechnet, quasi wieder drin, allein durch den Mafropanus-Abgang, so von, wenn man das jetzt mal gegenrechnet, und da fällt immer wieder halt das Thema Stadion und das Thema Corona, habe auch hier wieder ein bisschen Anhaltspunkte gesucht, wie man da vielleicht auch ein bisschen rangehen kann an das Thema, und das vielleicht auch ein bisschen sich logisch herziehen kann, auch schon oft getan, ich tue es hier trotzdem nochmal, weil klar, Stadionumbau kostet uns wohl 90 Millionen, Corona-Einnahme, Einbrüche kosten uns wohl auch 90 Millionen, und das andere Thema, was halt halt keiner genau festhalten kann, das aber auch öfter mal berichtet wurde, oder in Gerüchteküche war, ist eben, dass wir auch generell einfach sehr hohe Personalkosten haben, also, weil es jetzt in Sachen Gehalt aussieht von den Spielern, das wäre der nächste Punkt noch, um es genauer aufrechnen zu können, wie viel Gehalt da immer weggeht pro Saison, aber eben auch vor allem Mitarbeitermäßig, hieß es auch ein paar Mal, dass wir irgendwie sau viele Mitarbeiter hätten und eben auch da zu viel Kohle bezahlen, keine Ahnung, ob das jetzt genau stimmt, oder zu viel Gehälter bezahlen, wie auch immer, aber was man vor allem ja drauf gucken kann, das auch oft berichtet wurde, das sind eben 90 Millionen Stadionen und 90 Millionen Corona, plus eben andere weitere Anhaltspunkte, ist natürlich auch, gerade wenn man das Thema mal im Vergleich ansetzt und oft das Thema ist, andere Vereine kriegen es doch auch hin, Thema Corona, andere Vereine kriegen es doch auch hin, kann man da vielleicht, rechnen Sie mal schön für den VfB, oder denkst du mir mal schön, leitst du mir mal schön her für die VfB-Seite, wir sind trotzdem auch ein anderer Klub von der Größe als vielleicht andere, wenn man jetzt mal sagt, wir haben 90 Millionen Verluste, dann hat Augsburg im Vergleich wahrscheinlich, ich habe keine Zahlen zu denen recherchiert, aber vielleicht irgendwie 45 Millionen Verluste, wenn du jetzt mal guckst, 60.000 ins Stadion passen rein, bei Augsburg haben irgendwie 30.000, das heißt, da haben die schon mal nur halb so viel Einbüßen in Sachen Einnahmen von Ticketing, plus natürlich auch VIP und so weiter und auch Auswärtsfahrer, würde ich mal sagen, haben wir einen besseren Schnitt als Augsburg, das heißt, auch da fällt Kohle weg und da muss man eben sagen, Thema, andere kriegen es ja auch hin und andere kriegen es unten eben auch im Konkurrenzkampf, im Abstiegskampf, wo eben Augsburg auch wieder dabei ist, auch hin, dann ist halt 45 Millionen wahrscheinlich schneller wieder irgendwie hingebogen für Augsburg als 90 Millionen für uns, so in Sachen Einnahmeverluste, muss man ja auch da sagen, plus eben auch das Thema Abstiege, wir hatten eben 16, 17 Abstieg, wir hatten 19, 20 einen Abstieg oder 18, 19 einen Abstieg, das hat zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel Augsburg bleiben, hatten die auch nicht, da fällt ja sowieso auch direkt nochmal Einnahmeeinbrüche, weil sobald du in zwei Liga runtergehst, Personalkosten runterfahren, Gehalt einbüßen so ein bisschen auch machen für die Spieler, Kader musst du dick abgeben, Einnahme von TV-Geldern und so weiter ist nochmal ein ganz anderes Thema, viel, viel weniger Kohle, das hatten auch viele andere Vereine nicht, wo man auch dann eben sagt, ja, die kriegen es doch auch hin, also vielleicht kann man sich da so ein bisschen auch herleiten, plus es scheint halt, wie gesagt, vielleicht, da bin ich 100% auch ein Laie, aber in Sachen Geldeinnahmen ist halt wahrscheinlich echt klar, Sponsoring und so Geschichten, Trikot, bla, 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 aber echt halt wahrscheinlich das Thema Transfers somit das Größte, also wenn man drauf guckt, wir bekommen aktuell auf Platz 14 in der TV-Tabelle, also TV-Einnahmen, kriegen wir 42 Millionen, in etwa so viel haben wir jetzt ja auch unsere Spiele verkauft für, also nicht bloß gemacht, sondern verkauft für, und auch da muss man ja sagen, sportlich hilft es halt auch nichts, was wir da machen, also in den letzten Jahren irgendwo mal Platz 9 gewesen, dann haben wir jetzt eben Platz 15, Platz 16, so steigst du eben auch in keiner TV-Tabelle auf und bekommst in TV-Einnahmen mehr Geld, also sportlich ist auch so ein bisschen die Grundlage, dass sich da was tut, aber solange wir eben auch sportlich quasi immer dasselbe einnehmen, immer irgendwo im Abstiegskampf mit der TV-Tabelle rumschimmeln und da nicht viel Kohle einnehmen oder quasi gleich viel Kohle einnehmen, wie wir in Transferfenstern einnehmen, kommt halt eben auch da kein Vorstoß, kein Push nach vorne, wie gesagt, da fehlt mir halt einfach der generelle Durchblick, vielleicht bringt der VfB auch endlich mal eine richtige Ausgabenliste, einen richtigen Finanzbericht, den man auch irgendwie öffentlich sehen kann im Zuge der Mitgliedsversammlung, wäre auch mal schön zu wissen, weil ich glaube, damit könnten wir VfB-Fans auch ein bisschen besser leben, weil viele gucken sie es ja auch an, vielleicht auch so naiv an wie ich, ich hoffe, ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr dazu gesagt, eben mehr als nur immer zu sagen, 90 Corona, 90 Stadion, wir haben auch geschaut auf Aufstiege, auf den Vergleich zu anderen Vereinen, das noch mit reingenommen, aber ich hoffe, dass der VfB da irgendwann einfach mal was auf den Tisch legt, ich glaube, dann wird es auch vielen Fans auch einfach einfacher gehen mit der Thematik, wenn der VfB sagt, so sieht es aus, ja, wir nehmen viel ein, aber wir haben trotzdem noch 100 Millionen Schulden, so, oder wir haben trotzdem noch 100 Millionen, die wir irgendwie einnehmen müssen, dann wäre es halt trotzdem kacke, aber dann wäre es zumindest mal klar, weil beim VfB herrscht ja trotzdem immer wieder das Thema vor, dass das Geld irgendwo im Neckar landet, weil wenn wir uns mal draufhören, wie gesagt, 90 Millionen Corona, 90 Millionen Stadion, aber eben halt 222 Millionen eingenommen oder 115 Millionen plus gemacht, klar, 180 Millionen sind da weg, 115 Millionen Transferplus machen 180 Millionen nicht weg oder 130, ich habe es ja da auch schon mal fairerweise runtergerechnet, also irgendwie 50 Millionen oder, ja, keine Ahnung, 65 Millionen fehlen da ja trotzdem noch, wenn man quasi sagt, durch Transferplus machen wir die 180 Millionen durch Stadion und Corona weg, was ja auch nicht stimmt, du hast ja trotzdem noch TV-Einnahmen und Sponsoring-Einnahmen, also in irgendeinem Sinne, wenn man jetzt mal guckt, die sagt 130 Millionen oder 15 Millionen, wie auch immer, Transferplus, plus Sponsoring, plus die ganzen Geschichten, direkt mit dem Kopf und Kragen, aber wir kurz den Punkt zur Hände bringen, da kann man schon der Meinung sein, dass es langsam mal fertig sein sollte, 180 Millionen, die oft so besprochen wurden, so ein dickes Transferplus, plus du bekommst Trikot, plus du bekommst TV-Einnahmen, plus du bekommst ja mittlerweile auch wieder Stadion-Einnahmen, 50.000 Karten oder sowas, jetzt mittlerweile auch bald wieder VIP-Einnahmen und sowas, sollte doch langsam mal weg sein, also warum sieht es immer noch so scheiße aus, das ist die große Frage und die sollte halt der VfB hoffentlich irgendwann mal in irgendeiner Form auch mal erklären, was natürlich auch da interessant ist, letzter Punkt dazu, was ich noch geschaut habe, ist Thema Stadion, weil wir auch sagen, ey, warum machen wir überhaupt ein Stadion, warum bauen wir den Scheiß um, so schlechter Zeitpunkt, warum machen wir das, klar, für die EM, bloß generell mal nötig gewesen wurde der Umbau und da muss man auch sagen, gerade C-Sataphonics, aber vielleicht in ein, zwei Jahren hoffentlich, weil da erhoffen sich ja viel von, dass man durch die neuen Einnahmen im VIP-Bereich, dann auch dieser Tunnel-Club und so weiter eben, auch deutliche Mehreinnahmen im Bereich VIP-Plätze und sowas bekommt, als man es davor hatte, vor dem Steinumbau, das muss eben in Zukunft dann zeigen, ob das so stimmt, aber da erhoffen sich ja viel, bloß haben wir geschaut, wann wurde das denn genehmigt und ich glaube, da kann es auch falsch liegen, aber ich glaube, dass man da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Pech hatte, weil im Juli 2020 wurde das wohl final, äh, ähm, ja, äh, genehmigt, da hier Gemeinderat Schückert hat der Sanierung der Mercedes-Benz Arena im Juli 2020 zugestimmt ähm, und das wurde dann, äh, genau Mitte Februar abgesegnet, steht hier im SWR-Artikel von damals, wie gesagt, auch da, wie generell bei allen Themen, ihr habt es wahrscheinlich eh schon getan, wir sind jetzt wieder lange drin im Podcast, aber gerne zu allen Themen natürlich was in die Kommentare schreiben, wenn ihr was dazu sagen habt, äh, oder auch andere, äh, oder quasi mir auch widersprechen könnt oder wie auch immer, ähm, aber da wahrscheinlich auch echt ein bisschen Pech gehabt, ohne da jetzt tiefer reingeguckt zu haben oder zu wissen, wann genau das alles geplant war, aber wenn das im Februar 2020 abgesegnet wurde, dann im Juli zugestimmt wurde, dann waren diese Stadionpläne auch schon lange vor Corona da, man wahrscheinlich stand auch schon länger fest, dass das Stadion, äh, ein EM-Stadion wird für 2024, also da kann man glaube ich auch sagen oder denen vielleicht auch, äh, mal den Benefit of the doubt geben, um mal hier ins Englische rüber zu wandern, ähm, dass da echt einfach auch Pech dabei war, weil konnte ja keiner mit Corona rechnen sag ich mal, wenn es jetzt irgendwann 2018 oder so, 2019 oder so von mir aus genehmigt wurde oder geplant wurde, das ganze Thema Umbau, dann im Februar, wo ja, boah, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ne, ich glaube die ersten Fälle waren irgendwie Ende 2019, Dezember oder sowas, so richtig reingekracht und Bundesliga, äh, quasi beendet war dann irgendwann Mitte März, das heißt Mitte Februar irgendwann genehmigt oder abgesägt und im Juli genehmigt, dann hast du wirklich, bist du wirklich auch Pech, äh, mäßig reingelaufen, weil ich glaube, wenn du jetzt den Stadionumbau gemacht hättest, aber eben kein Corona hättest, dann fallen halt in dem Sinn, hättest du halt 90 Millionen, äh, 90 Millionen Stadion, die du zahlst, noch ein bisschen mehr die Stadt und sowas zahlt, ähm, irgendwie Gesamtpaket von 130 Millionen, 135 Millionen oder sowas glaube ich, aber dann fallen eben 90 Millionen von Corona weg, ne, also eben 90 Millionen Stadion und das war's, das ist also eben 90 Millionen Stadion plus 90 Millionen Corona und ich glaube, bei den Stadionplänen, das würde ich damit sagen, auf den Punkt kommen, bei den Stadionplänen für den Umbau, war glaube ich, noch nicht, äh, nicht einkalkulierbar, noch nicht planbar, dass da sowas wie Corona kommt und dann wäre es glaube ich, nicht großartig aufgefallen, glaube ich, da wäre auch glaube ich, nicht so großartig viel, äh, Kritik an dem Stadionding, wie gesagt, oder hoffentlich, sage ich mal, zahlt sich es am Ende auch wirklich ganz, ganz groß aus, das Thema Stadionumbau, mit, mit mehr Einnahmen dadurch, ähm, aber, ähm, ich glaube, da kann man im VfB schon durchaus positiv sagen einfach, oder ihm gut auslegen, dass man einfach ein bisschen Pech hatte, auch in Sachen Planung für den Stadion, Stadionumbau, dass da eben auch noch Corona mit der, mit derselben, sag mal, Einnahmebruchkraft, äh, oben drauf kam und dann habe ich glaube ich, so ziemlich alles hier angesprochen, wie gesagt, ich hoffe, dass der VfB einfach irgendwann mal, Arsch, Arsch auf einmal, Arsch auf einmal einfach die Zahlen rauskloppt, hoffe ich einfach mal drauf irgendwann, weil, man muss einfach den Fans langsam auch mal erklären, was das soll, und jetzt geht man in den Transfer-Deadline-Day rein, ähm, heute am Freitag bis 18 Uhr, äh, in Deutschland, wie gesagt, ähm, mal gucken, was noch passiert, ähm, und bei uns schließt er 18 Uhr, bei, ich glaube, Frankreich auch, England auch, ich glaube, irgendwo in, äh, Spanien zum Beispiel, oder Italien, unsere Geschichten, endet er auch ein bisschen später dann, urzeitmäßig, ähm, Gefahr natürlich noch, oder positiv für uns vielleicht noch, in Sachen Gildias oder sowas, ist dann das, äh, natürlich andere Ligen noch länger offen haben, Belgien hat noch fünf Tage länger offen, ich glaube, Saudi-Arabien noch, äh, bis irgendwann offen, bis irgendwie 20. oder sowas offen, ähm, das ist irgendwie auch ein wildes Thema, auch nochmal ein Thema für sich, warum zur Hölle man diesen Deadline-Day nicht einfach für alle gleich macht, plus, auch da Thema wie immer, warum setzt du einen Deadline-Day nicht einfach mal vor Saisonbeginn, klatscht den für alle auf ein Datum, dass für alle großen Ligen zumindest mal, äh, die Saison dann danach beginnt, ist aber ein anderes Thema, nochmal ein nächstes Streitthema, ähm, aber mal gucken, was heute noch so passiert am Deadline-Day, ähm, kann ja alles wieder sehr schnell gehen, zum Beispiel Thema Gerasi, kam ja, ich glaube, Skaleitich war kurz vor Schluss vom, vom Transferfenster, ist er erst gewechselt zu den Wolves, und dann, ich glaube, Gerasi kam erst mal am Abend vor dem Deadline-Day so ein bisschen mal auf, auf so einer kleinen Liste von Sky, und am Deadline-Day selbst, dann war er auf einmal da, also es kann auch alles nochmal schneller gehen, als man glaubt, um hier vielleicht auch ein bisschen Hoffnung noch reinzumachen, dass vielleicht der VfB doch noch ein bisschen mehr macht auf dem Markt, als man vielleicht erwarten würde, aber ich glaube, wir können uns aktuell darauf einstellen, dass einfach ein Innenverteidiger noch kommt, davon gehe ich einfach mal aus, weil muss auch einfach, finde ich, ähm, ich glaube, da wäre es auch ein bisschen peinlich, wenn keiner mehr kommt, eben auch nach der Aussage von Hüls auf der PK, ähm, das heißt, ich glaube, den Innenverteidiger bekommen wir noch, ist die Frage, wer es dann wird, auch das zu bewerten, wer der Spieler dann ist, aber gehen wir mal rein, in Deadline-Day, 18 Uhr, ist Schluss in Sachen Einkaufen für uns, vielleicht so ein paar kleinere Spieler, kann es vielleicht noch abgeben, äh, Sanko auch so ein Leihthema noch, ähm, in andere Ligen, die noch länger offen haben, aber damit gehen wir jetzt erstmal rein. Und dann ist der letzte Punkt angekommen, natürlich VfB gegen Freiburg, Baden-Württemberg, Duell nennen wir es, nur die Freiburger nennen es Derby, wir nicht, ähm, und auch da wieder der Hinweis auf den Podcast, weil ich jetzt hier gleich, äh, bevor ich zu PK und so, dass ich auch kurz da wieder aus meinem Einspieler ein paar Stats mit rausgenommen habe, ähm, weil, klar, auch das wieder alles öffentlich einsehbar ist, ja auch ganz klar, und haben auch viele auch schon, äh, drüber geschrieben auf Twitter und so weiter, auch selber, vielen auch aufgefallen, dann wahrscheinlich auch privat, ähm, wir hatten ja schon das Thema mit der Abfolge, Leipzig, dann Freiburg, was wir öfter hatten, oder dann eben auch, Kantersieg, Klatsche und dann Freiburg, was wir öfter hatten, aber selbst Freiburg, hatten wir echt oft schon in der Abfolge, also Bundesliga hat wohl echt Bock drauf, dass wir dieses Duell schon früh haben, letzte fünf Bundesligasaisons, eben mit der einen Saison Pause in 19, 20, in der zweiten Liga, aber letzten fünf Saisons am Stück, haben wir immer in den ersten drei Bundesligaspielen gegen Freiburg gespielt, in den ersten drei Bundesligaspieltagen, 2018, dritter Spieltag, 3-3 in Freiburg, 2-20 dann, erstes Spieltag, 2-3 gegen Freiburg, 21, Spieltag 3, wieder 2-3 gegen Freiburg, 2022, Spieltag 3 wieder, 0-1 gegen Freiburg, und auch jetzt wieder, also viermal, Spieltag 3, auch jetzt wieder, 2023, Spieltag 3, Heimschule gegen Freiburg, und was man auch da sieht, ja, lief nicht so gut, ne, also Freiburg ist gerade echt so ein Thema, wo, die Lust, und Laune, nicht so groß ist auf die Spiele, gegen den Sportclub aus Freiburg, muss ich sagen, ähm, trotzdem aber generell, guter Heimrekord, gegen Freiburg haben wir jetzt, äh, insgesamt 24 Heimspiele, 16 Siege, 3 Unschieden, 5 Wiederlagen, also das sieht schon mal deutlich besser aus, auch wenn wir eben, letzten zwei, ne, sogar letzten drei Heimspiele gegen Freiburg verloren haben, perfekt, das heißt, das heißt, das heißt, die letzten drei Heimspiele waren schon 3 von 5 Wiederlagen, generell, wenn ich jetzt gerade richtig sehe, das ist natürlich auch wieder richtig, richtig, richtig schlecht einfach, ähm, äh, aber eben aktuell für Freiburg immer wieder besserer Ausgang, ne, also gegen Freiburg ist so ein Spiel, wobei, komme ich später noch ein bisschen dazu, wo ich echt sage, zur Prognose dann, wo ich echt sage, Bock habe ich da gerade nicht drauf, und die laufen wirklich immer genau gleich ab, gegen Freiburg, letzten zwei, drei Saisons, irgendwie seit Wiederaufstieg, hat wirklich nur einmal, gab es nur ein Spiel, 2-0 von Freiburg, wo es höher der Abstand war, als nur ein Tor, immer enge Spiele, und irgendwie am Ende gewinnt es halt trotzdem immer Freiburg, letztes haben die gegen Hoffenheim gewonnen, 2-1 in der Liga, im ersten Spieltag in Hoffenheim, und dann eben, typisch Freiburg, muss ich einfach sagen, typisch Preisgauner, ähm, wenn es vielleicht verdient war am Ende des Tages, über den Spielverlauf kann ich nicht bewerten, aber eben, 90 plus 6, und der neue Zugang, der davor bei Bremen war, und der Rückkehrer, trifft dann 90 plus 6, per, per schönen Wolle gegen Bremen, zum 1-0 für Freiburg zu Hause, dass er genau die Art und Weise, wie Freiburg sie geholt, wie Freiburg Punkte sammelt, ähm, das ist einfach komplett, komplett wild, die haben auch Fußballgott, äh, wie auch Union Berlin, Union Berlin noch im krasseren Stil, auch in Sachen, in Sachen Expected Points und sowas, auch ein ganz anderes Thema, aber vorhin auch kurz angesprochen, aber da gehört Freiburg irgendwie auch mit rein, dieser Begriff von Preisgauner kommt auch nicht von irgendwo her, also das ist schon Vogelwild, was er teilweise passiert, die haben auch mit dem, mit dem Fußballgott, mit Pakte geschlossen, die ich, die ich nicht kennen will, ähm, trotzdem, ähm, natürlich auch Stats, die einfach besser sind, Freiburg jetzt eine Jahre, deutlich besser geworden, ist uns auch den Rang abgelaufen, in der, in der Hinsicht, was sportlich angeht, ähm, einfach Euroleague, jetzt auch wieder Euroleague, ja, ist einfach bockstark, so, die arbeiten da einfach richtig gut in Freiburg, machen ihre Entwicklung, kriegen ihre Leute ersetzt, kriegen auch ihre Jugend immer wieder eingebaut, wenn man jetzt mal wieder guckt, dass sie jetzt ihren Flecken da verkaufen, zum Beispiel da nach England, jetzt nehmen sie einfach ihren U21-Nationaltorhüter, und stellen ihn vorne rein, als Nummer 1, und geben ja auch die Chance, auch das heißt, typisch Freiburg halt dann im positiven Sinne, ähm, die Menge an gewonnenen Zweikämpfen, belegt Freiburg als Verein in der Bundesliga, bisher Platz 3, ähm, dann die Bayern, haben die meisten Torschüsse abgegeben, Freiburg dahinter, also da sehe ich gar nicht unbedingt viel, äh, ich sag mal, Effizienz, oder viel Glück in dem Sinne, bisher in der Saison, sag ich mal, jetzt eben auch in der Anspielung zu dem 1-0 gegen Bremen dann, die, die, die ballern schon aufs Tor drauf, aber, ähm, ja, trotzdem hat man so das Gefühl, dass Freiburg dann manchmal ein bisschen mehr Glück hat, als andere Vereine, äh, von Spielverläufen, oder eben von Ergebnissen im Vergleich zu Spielverläufen, aber, sie haben die zweitmeisten Torschüsse abgegeben, bisher in der Bundesliga natürlich auch, alles noch nicht so hoch zu bewerten, weil es eben nur zwei Spieltage sind, noch nicht viele Zahlen da sind, wo es sich eben noch nicht krass drastisch unterscheiden kann, das sind zum Beispiel 13 Torschüsse mehr als der VfB, ähm, im Ballbesitz quasi gleich auf, Freiburg bisher im Schnitt 51 Prozent, Ball bis jetzt wieder 50, ähm, aber klare Unterschiede, da müssen wir auch wieder, ist ja auch nichts Neues bei uns, müssen wir weiterhin drauf achten, ist das Thema Laufen, 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 Arbeiten, Arbeiten, ähm, ähm, da ist Freiburg auf Platz 5 in der Laufdistanz, wir auf Platz 18, auf Platz 18, Schluss liegt in der Bundesliga in Sachen, ja, Kilometerstrecke, die ist, das Team insgesamt, äh, ja, abgeliefert hat bisher in den zwei Spielen gegen Bochum und gegen Leipzig, ähm, Flanken werden interessant, weil Freiburg da natürlich auch bockstark ist, die schlagen, die meisten Flanken aus dem Spielkollektiv als Mannschaft insgesamt, und hat die meisten Kopfballduelle gewonnen als Mannschaft insgesamt in der Bundesliga, darauf muss man auf jeden Fall achten, dann, glaube ich, auch Grigoritsch vorne drin, gute Kopfballwerte, ähm, das ist eine Waffe auf jeden Fall von Freiburg, äh, das ist so ein ganz wichtiges Thema, wenn man auf die schaut, und jetzt schon mal auf die PK, auch da, schön übernacht dann eigentlich, weil man kann mittlerweile auch wieder auf die PK sogar aktiv schauen, war jetzt sogar im YouTube-Livestream ganz wild, hatten sie zwar auch schon 2019, so 20 oder so mal hinbekommen, noch früher, jetzt irgendwie längere Dürrephase, was das angeht, immer so quasi danach erst hochgeladen, äh, nach dem, nach der Pressekonferenz irgendwann, jetzt haben sie es wieder live, ähm, auch für die VfB-Fans zum Gucken auf YouTube, ähm, Personal-Situation, Mio ist zurück, nach seinen Muskelnproblemen in der Wade, hat es überstanden, klare Optionen fürs Spiel, äh, und darf weiter Arbeit an seinem Comeback, natürlich Wagnermann Arbeit auch daran, aber noch nicht zur Verfügung, Nathai und Ulrich auch weiterhin nicht, ähm, ähm, und auch Hüns hat zum, 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 zum Sessor-Stadt eigentlich was ganz Gutes gesagt, nämlich wir haben von vier Halbzeiten drei richtig gut gespielt, am Ende stehen drei Punkte, jetzt haben wir die Gelegenheit, gegen Freiburg zu punkten und letztendlich einen richtig guten Sessor-Stadt hinzulegen, hat er genau recht, wie ich ja vorhin angesprochen, Balingen, also alles hat dem Verhältnis nach, alles genauso wie wir uns erwarten würde, Balingen geschlagen, ordentlich, seriös, passt, äh, Bochum geschlagen, sogar höher als erwartet, passt, alles ordentlich, geiler, euphorischer erster Spieltag, in Leipzig verloren, ja, passiert halt, zweite Halbzeit musst du aufarbeiten und fünf Tore waren doof, wie gesagt, hätten auch drei gereicht oder so, aber ist ja genau das, wenn du jetzt gegen Freiburg Punkttest, weil du sogar gewinnst, mit vier oder mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen rausgehst, ist das auch wirklich in Ordnung, so, mehr als in Ordnung, ähm, zu Freiburg sagt, da ist eine Mannschaft, die gefestigt ist und reif daherkommt, die eine gewisse Erfahrung auf den Platz bringt und gute Standards und Flanken bringt, den, ähm, der beste, der beste Weg in ihre Stärke zu nehmen, ist unser Spiel aufzuziehen, so ein Ding ist das nämlich, ähm, und auch ganz klar, ganz wichtig, die MHP Arena, mittlerweile ist es ja, äh, ist am Samstag ausverkauft, ähm, muss ich dazu sagen, eigentlich normalerweise ist es das immer, aber auch hier nochmal dazu gesagt, und Aufstellung, muss ich auch sagen, ja, also allzu viel dran zu rütteln, gibt es dann halt nicht, ne, Nübel, Stenzel, Anton, Sagadou, Ito ist eigentlich so mehr oder minder gesetzt eigentlich, weil ich gerade Sosa nicht in der Startelf sehe und auch da irgendwie jetzt kein Stenzel irgendwie rausrotieren muss für den, für den Stergio oder sowas, Stenzel macht es schon, schon in Ordnung da hinten, Karasor auch ganz klar, ich glaube, Schiller wird auch ganz klar spielen, das heißt, jemand wie ein Eckloff, jemand wie ein Mio oder so, wird halt rausrotiert, normal, im Normalfall, ähm, denke mal, Schiller schon von Beginn an spielen wird, äh, Führig über links, bleibt, glaube ich, wahrscheinlich drin, äh, Silas ist so ein Thema, der war jetzt in Leipzig eher schwach, gefühlt nicht, 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 nicht da, irgendwie überhaupt komplett unauffällig in Leipzig gewesen, vielleicht der eine Option, den vielleicht auszutauschen, rauszunehmen, aber, ja, weiß ich auch nicht, ich meine, da kann es natürlich Leveling bringen oder sowas, ähm, Jong, macht das eigentlich für mich gut, finde ich, äh, auf der Position hinter Gerasi, auf ZOM quasi, ähm, aber da natürlich auch das Thema, weil Mio eigentlich auch immer gut ist, immer gut gewesen, wenn er gespielt hat, darf vielleicht ein bisschen Battle, vielleicht kannst du da ein Mio bringen, auch generell ist es so ein bisschen die Position, wo du später gucken musst, weil Carasso Stiller ist wahrscheinlich echt so mit, mit gesetzt, aber du hast ja irgendwann noch ein Undaff, der noch dazu kommt, also diese, diese Zehner oder Offensivposition da hinter Gerasi, äh, ist immer interessant, wahrscheinlich über die Saison gesehen, wenn die meisten dann eben verletzungsfrei bleiben, weil die, äh, sehr hohen Konkurrenzkampf einhaben wird, ähm, ich bleibe mal bei Jong, aber kann auch sein, dass er da einen Eckloff oder einen, äh, Mio hinstellt, natürlich vorne drin, Gerasi, absolut 100% gesetzt, ist auch ganz klar, ähm, eure Tipps habe ich schon ein bisschen bekommen, natürlich die meisten wieder auf VFB-G-Tipps, ist ja auch ganz klar, ist ja logisch, aber im Community-Tab auf YouTube könnt ihr abstimmen, schon fast 1500 Stimmen schon seit gestern Abend, ähm, und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Part von, bei mir, Prognose, Abstimmung, sage ich fast, und halt hier nochmal, wie vorhin angekündigt, oder auch schon angesprochen, ich hake halt wirklich, das sollte gar nicht doof klingen, aber ich hake Freiburg-Spiele wirklich gefühlt schon vor Spielbeginn ab, bestimmt nicht gut, wahrscheinlich auch kein gutes, keine gute Idee, aber seit Jahren, muss man mal drauf gucken, ständig so 2 zu 3, 2 zu 1, 0 zu 1, wie gesagt, das ist eine 2 zu 0 da, aber seit Jahren, bis auf diesen einen Pokalsieg da, 2 zu 20, wobei es ja auch noch vor, äh, vor Wiederaufstieg war, das heißt, seit Wiederaufstieg, spielst du gefühlt, jedes Spiel gegen Freiburg, ist ein Spiel, mal, vielleicht manchmal ein bisschen weniger, aber die meisten Male ist es so, die meisten Fälle ist es so, ist das ein Spiel gegen Freiburg, wo du jedes Mal aus dem Spiel rausläufst und sagst, na, Spielverlauf ist das zu 100% ein Unentschieden, wenn ich sogar manchmal auch sogar Vorteile für uns, ich glaube auch in manchen Spielen sogar Freiburg danach, dann in Interviews gesagt, ja, wir hatten schon Glück, das Spiel hier zu gewinnen, auch Streich und ich glaube, Günther war das mal nach irgendeinem Auswärtsspiel in Freiburg, dass sie da Glück hatten, dass sie da gewonnen haben, ähm, und trotzdem gewinnt sie Freiburg, aber wenn ich an VfB gegen Freiburg denke, ist ja auch tatsächlich auch egal, statistisch gesehen, ob es auswärts oder bei uns ist mittlerweile, ähm, also Heimspiel, Auswärtsspiel, mittlerweile egal sogar, immer das Gleiche, du spielst gegen Freiburg, oft gehst du sogar in Rückstand, wir hatten diese kurze Phase mit 0-3 Rückstand in zwei Heimspielen am Stück gegen Freiburg, nochmal aufgeholt, aber halt nicht mehr den Punkt geholt, sondern nur 2-3, ähm, jedes Mal gehst du aus dem Spiel raus und sagst, ja, super, eigentlich war es ein ordentliches Spiel, Freiburg auch eine gute Mannschaft heilt, also ein ordentliches Spiel gegen gute Mannschaft, eigentlich mindestens ein Unentschieden hier drin gewesen und trotzdem hast du es verloren, deswegen hake ich sie quasi fast schon ab und gerade in Freiburg auch immer eklig und ich fahre halt echt gefühlt, aber wenn du statistisch drauf schaust, letzte zwei Saisons jeweils 2-2 gespielt, dort, ich fahre halt echt gefühlt lieber nach München als nach Freiburg aktuell, weil Spielverlauf gönnt oder Spielverlauf und dann eben am Ende des Ergebnisses, was bei rumkommt, gönnt halt in der Partie, seit drei Saisons am Stück nur Freiburg bei uns, Stuttgart-Freiburg gönnt seit Wiederaufstieg 2020 nur dem SC Freiburg, muss man einfach so sagen, natürlich auch vielleicht ein bisschen ein bisschen trotzig, ein bisschen patzig von mir jetzt hier, vielleicht widersprechen auch Freiburg-Fans, keine Ahnung, ist mir auch egal, weil es ist halt einfach so, also kann ich seit den letzten drei Jahren sechs Spiele gegen Freiburg in der Liga verloren haben, kompletter Vollquatsch, weil ich glaube, mindestens fünf von diesen sechs Spielen wäre im Normalfall klares Unentschieden gewesen, aber ist halt nicht gegen Freiburg so genug gemeckert, genug trotzig gewesen, deswegen schreibe ich die fast schon ab, die Spiele, natürlich gehe ich trotzdem morgen ins Stadion und denke mir, komm, hier geht was und hier muss was gehen, aber ich bin da von der Erwartungshaltung schon fast ein bisschen runter und sage, ey, bitte verliere halt nicht, bitte verliere halt wenigstens mal endlich nicht gegen Freiburg, deswegen ich wünsche mir einfach einen Unentschieden, muss ich ganz ehrlich sagen, Tipp von mir auch für Freiburg morgen ist ein 1-1, ich wünsche mir einfach einen Unentschieden, Sieg mir natürlich einen Traum, aber ich wünsche mir einfach, dass du mal gegen Freiburg mal wieder nicht verlierst, deswegen Unentschieden 1-1, Freiburg einfach 13-100 eklig und danach wird es ja auch interessant, danach haben wir dann Länderspielpause und danach haben wir Mainz, Darmstadt und Köln und da muss natürlich dann auch nochmal richtig Punkte kommen, weil Freiburg muss ich auch sagen, rein tabellarisch, normalerweise auch nicht mehr unser Kaliber, ist ja auch einfach so, wie gesagt, in Mainz kannst du gerne auch mal punkten, Darmstadt musst du schlagen, ist ganz klar und auch in Köln darfst du gerne mal punkten, in Mainz bin ich auch wohl dabei, also Kader habe ich, man kann immer noch irgendwas dazwischen kommen, aber im Normalfall bin ich in Mainz dabei, das würde ich damit sagen, Darmstadt sowieso ist Heimspiel, Köln habe ich leider tatsächlich quasi verpennt oder einfach vergessen, dass da der Vorverkauf war, da bin ich leer ausgegangen, vielleicht muss ich da mal auch selber tatsächlich, weil Köln schon eine geile Auswärtsfahrt ist, selber mal ein Ticketaufruf starten, keine Ahnung, auf Insta, mal schauen, eigentlich immer so ein bisschen unangenehm, da irgendwie selber nach Tickets zu fragen oder sowas, aber vielleicht muss ich da echt mal machen, weil ich reposte gerne mal, wenn ihr quasi nach Tickets sucht, reposte ich eure Storys, dass ihr sucht und dass man euch dann anschreiben kann, vielleicht muss ich da wirklich selber machen, weil Köln schon eine coole Auswärtsfahrt ist, coole Stadion ist, gute Stimmung ist, vom Auswärtsblock auch immer dort, aber ich dieses Mal ist ja wirklich komplett einfach verpeilt, habe den Verkauf leider, schauen wir mal, ist ein anderes Thema, aber da muss halt echt, da kannst du ja echt mal gerne auch sieben Punkte mitnehmen aus Mainz, Darmstadt, Köln, natürlich vielleicht auch ein bisschen positiv, ein bisschen Fanbrille getippt, aber gerade das, also Mainz auswärts, Köln auswärts, Darmstadt zu Hause, rechne ich uns mehr zu, als gegen Freiburg zu Hause und noch mehr Wichtigkeit zu den Spielen als Freiburg zu Hause, in Anführungszeichen, deswegen schauen wir da mal, was passiert und da muss ich halt echt sagen, das was ich mir echt hier, Punkt, glaube sogar noch vor oder mitten im Freiburg, mitten im Leipzig Spiel habe ich mir das aufgeschrieben, habe ich Bock auf das unverdiente 1 zu 2 für Freiburg bei uns nächste Woche, habe ich glaube irgendwann mitten im Leipzig Spiel in irgendeine Notiz noch reingeschrieben und da bin ich so ein bisschen glaube ich abgehakt, wie ich zu dem Thema Freiburg stehe, hoffe auf den Unentschieden, tippe auf den Unentschieden, gerne eure Tipps in die Kommentare, aber ja, Freiburg ist wirklich einfach immer eklig und Tipps ist eine ganz gute Überleitung, weil die machen wir jetzt auch einfach hier mit rein in den Vorbericht, ich glaube da mache ich auch generell keine spezifischen Videos mehr zu, zu den Tipps, sondern auch immer in den Vorbericht mit rein kurz, vermutlich, schauen wir mal, machen wir die Tabellenrechner beim Kicker durch und dasselbe werden wir natürlich auch in unserer Kick-Tipp-Runde dann tippen, auch alles wieder quasi aus dem Stehgreif hier bis auf Stuttgart gegen Freiburg, Dortmund-Heidenheim, 3-0 Dortmund, Heidenheim haben auch einen dicken Schlag gehabt, damit man auf einem Spiel muss richtig viel getan haben, 2-0 geführt, noch 3-2 verloren zu Hause, Leverkusen-Darmstadt ist auch normalerweise eine klare Geschichte, auch da einfach 3-0 Leverkusen, warum nicht Leverkusen, echt gut drauf aktuell, Hoffenheim-Wolzburg, egelches Spiel, sieht aus, als wäre es in der Samstag-Mittag-Konferenz, auch da nochmal das Thema, wäre ich interessiert, wer sich das Spiel als Einzelspiel gibt, Hoffenheim gegen Wolfsburg, ich sage ganz ehrlich, Wolfsburg gewinnt das, ich habe irgendwie gerade ein bisschen Aktien in Wolfsburg, 0-1 Wolfsburg, Bremen gegen Mainz, Bremen auch so ein bisschen schwierig jetzt, das ist Füllguck abgewandert zu Dortmund, auch da wieder Thema Transferfenster von vorhin, das ging ja auch immer innerhalb von ein paar Stunden gefühlt über die Bühne, das Füllguck-Ding, also das entwickelt sich ja auch so sauschnell alles, Bremen-Mainz, ach komm, 1-1, weil Mainz kann ich auch noch nicht so ganz einschätzen die Saison bisher, aber 1-1, Augsburg-Bochum, ekliges Spiel, das riecht nach Abstiegskampf, das riecht nach Klassenheit, das riecht nach Kampf, Augsburg und Bochum beide auch nicht so grandios gestartet, aber Bochum ist halt zumindest auch mal besser hier gewesen mit dem 1-1 gegen Dortmund, dann auch hier 1-1, 1-1 Augsburg-Bochum, geil, das mache ich hier dreimal am Stück, weil ich habe schon gerade Freiburg auch 1-1 gespielt, also hier auch 1-1, Gladbach-Bayern, das ist ja so ein ekliges Thema jetzt, das ist brutal eklig, weil normalerweise natürlich die Bayern, weil Gladbach auch, da habe ich eigentlich auch Aktien drin, auch recht hochgetippt in der Bundesliga-Prognose, aber kann ja noch kommen, frühen Saison sind wir noch, aber bisher noch nicht so angelaufen, das Thema Gladbach, Gladbach ist ja wirklich der komplette Angstsegner von denen, Gladbach letzte Woche locker, flockig und wirklich hochverdient verloren gegen Leverkusen, so wie ich das verfolgt habe, da wäre es typischste auf der Welt, in die jetzt random die Bayern schlagen, Frage ist, ob ich daran glaube, ich glaube aber irgendwie, ich glaube nicht so ganz dran, aber irgendwie schon, ich glaube ich bin im Tippspiel bisher noch nicht so ganz stark unterwegs, deswegen muss ich, ich muss so ein bisschen eine Überraschung mit reinbauen, komm 2-1 für Gladbach, ist mir doch jetzt egal, ich brauche die Extra-Punkte, die vielleicht ein anderer nicht macht, Frankfurt gegen Köln, 1-0 Frankfurt, komm, wir sind so ein bisschen beflügelt durch das Weiterkommen in die Conference League, Colomani da auch ein ganz wildes Thema, chillt er sich da jetzt einfach nach Paris und sagt, ich will hier hin wechseln, da hocke ich mich da hin, ach ich spiele am Donnerstag, ja egal, ich hocke schon mal in Paris, weil ich wechsle eher hier hin, komplett wild, was ich spiele, manchmal meinen rausnehmen zu können, vogelwildes Thema, gucken, ob der noch wirklich wechselt zu Paris oder nicht, Union-Leipzig zum Abschluss noch, schön ekliges Spiel auch da nochmal, Leipzig schon gut, auch sind sie gut genug, um bei Union zu gewinnen, also Union-Sieg will ich aber irgendwie auch nicht themen, ich will mit drei Siegen aus drei Spielen reingestartet, das ist ja komplett eklig, muss jeder abziehen, auch da 1-1, ganz ehrlich, ich mache ganz viele 1-1, das sind mir jetzt gar nicht, ganz viele Unschieden, so ist es halt und damit gehen wir so ein bisschen schon ins, was heißt so ein bisschen, wir gehen ins Outro rein, nur noch ein letzter Punkt, ich hoffe, das funktioniert auch, aber haben ja viele Leute angefragt gehabt, oder ein paar Leute angefragt gehabt, auch Leute schon geschrieben dazu, warum noch nicht bisher, damit ich zum Beispiel der Sache angenommen und mal geschaut und habe es glaube ich auch hinbekommen, den Podcast hier, also alles, was ich quasi, ist ja nicht nur immer Podcast, hat auch hier die Audio-Vlogs und so Geschichten mal hoch, oder Bunzler-Prognose und sowas oder andere Videos lade ich auch auf Spotify hoch, wo es sich halt lohnt, dass man sich auch das Audio anhört, wenn quasi nur Video interessant ist, dann meistens nur auf YouTube, aber das bisher eben hier bei Anchor, wo ich es hochlade als Publisher quasi und eben bei Spotify, aber jetzt auch, habe ich es hinbekommen, ich habe halt auch nichts von Apple und nichts, also muss ich auch da Apple ID und so Geschichten dafür anlegen, habe ich jetzt getan und jetzt ist wohl der Podcast auch bei Apple Podcasts online. Ich hoffe, das war auch das Richtige. Ich glaube, iTunes wurde gefragt oder Apple Podcasts wurde gefragt, das müsste ja genau das sein eigentlich, deswegen kann da auch die paar Kollegen vielleicht drunter schreiben, die Bock hatten, dass ich das hier auch bei Apple bringe, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, ob ihr es jetzt auch dort finden könnt, also sollte online sein, die ganzen Geschichten, das RSS-Feed müsste online sein, ob das jetzt hier alles richtig gelaufen ist, gerne mal Feedback geben, aber es ist auf jeden Fall jetzt auch hier bei Apple und Co., bei deren Podcast-Anbieter, wie auch immer auch da online, der Podcast hier, die Audio-Geschichten, die ich da hochlade und als letztes noch, als letzten Service-Hinweis, sage ich mal, ist das Thema Instagram, immer wieder spreche ich es an, auch hier nochmal, sehe gerade, dass wir gerade jetzt die 2000 geknackt haben, also auch vielen Dank für die 2000 Follower auf Instagram, ich sortiere da immer wieder aus, aber wahrscheinlich auch da unter den 2000 noch so ein paar komische Bots mit drin, die du halt immer wieder hast und wenn ich es versuche, die immer wieder auszusortieren und zu löschen dann, aber aktuell sind es 2000, lassen wir es so stehen, schöne runde Zahl und natürlich da eben, gerade eben in Sachen VfB-News, da kriegt ihr natürlich viel schneller mit, wenn irgendwas passiert, ist natürlich eine Instagram-Story viel schneller gemacht, als das in Videos zu packen und generell eben hier in so lange Videos zu packen, wo viele News auf einmal kommen, deswegen, wenn noch aktueller auf dem Stand bleiben will, generell auch zu, generell allen Themen zu meinem YouTube-Geschichten und sowas, ist halt Instagram echt die Nummer 1-Geschichte, Instagram-Story, da seid ihr immer auf dem Laufenden, dann würde ich sagen, war es das von der Podcast-Folge hier, sieht wieder aus, als wäre es sehr lang geworden, ist hier schön heute Morgen für euch, am Freitagmorgen, morgen Mittag das Spiel gegen Freiburg, heute Abend Deadline, da jetzt wird noch viel passieren, viel anzusprechend sein, nach dem Freiburg-Spiel dann auch, Thema Kader, vielleicht noch eine kleine Analyse, wie der Kader jetzt wirklich dasteht, dann in der nächsten Woche in der Länderspielpause, dann haben wir da die Mittelversammlung am Sonntag, mal gucken, was da alles so abgeht, da bin ich nicht so tief drin an den vereinspolitischen Themen, muss ich sagen, deswegen berichte ich hier auch nicht so viel dazu, weil ich da halt noch weniger Ahnung habe und tatsächlich, sage ich auch ganz ehrlich, auch hier Thema Stress mit Hoeneß und Thema Aufsichtsrat und so, ich will da auch gar nicht so tief drin sein, so mich nervt das, mich nerven so vereinspolitische Themen, deswegen macht eure Mitgliederversammlung, macht euer Ding, am Ende sehen wir das Ergebnis und wissen, was passiert ist und so und wird berichtet darüber, wenn auch andere ausreichend und gut und besser als ich dann auch analysieren und am Ende des Tages muss ich auch so ehrlich sagen, überstrahlt ja alles das Sportliche, ist einfach so, wenn es gegen Freiburg gewinnen, werden auch andere Themen wieder leiser werden, deswegen ist das Sportliche Nummer 1, ganz klar Nummer 1, nach dem Burschspiel war auch deutlich ruhiger, jetzt eine 5-1-Klatsche in Leipzig, auf einmal kommt das Thema Stress, Aufsichtsrat und Hoeneß und sowas mit rein, einfach sportlich, die Hausaufgaben machen, dann ist das, auch wenn die Themen da sind, aber wenn das Sportliche läuft, dann überschattet das nochmal das ganze andere vereinspolitische, deswegen mal gucken, was auch so passiert die nächsten Wochen, viel zu berichten auch wieder, ich glaube, ich sitze mich dann auch da wieder vermutlich in Podcast-Richtung hier ran für die Videos, bedanke mich fürs Zuschauen, natürlich auch wie immer gerne Abo und Like da lassen, kostenlos, ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal.